Meine Damen und Herren, es ist Zeit. Es ist Zeit für etwas ganz, ganz Grosses. Es ist Zeit für ein Projekt, das meinen Gegenüber und mich jetzt wohl einige Jahre begleiten wird. Und zwar habe ich ihn zurückgeholt. Den Mann, der kein Ponytail hat. Und ich glaube, Kampfsport kann er vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht doch, keine Ahnung. Jan Langer, meine Damen und Herren. Willkommen. Einen wunderschönen guten Tag, Dominik. Hi. Schön, wieder hier zu sein. Wenn ihr im Hintergrund mal irgendwas hört, dann könnte es eine Katze sein. Das ist korrekt, ja. Aber das ist okay. Kein Problem mit Katzen. Ich habe Schildkröten. Schildkröten beißen Katzen. Also ist okay. Das ist ja nichts, ne? Machst du mir die Tür zu, mach die Katze dir auf. So einfach ist das. Natürlich, natürlich. Meine Damen und Herren, was heute passiert und ich kann mein Grinsen ist seit gestern. Ich kann es nicht aus meinem Gesicht nehmen. Und der Jan, der grinst auch wie so eine Grinsekatze. Es ist unfassbar. Aber wir fangen an mit den Besprechungen über die Filme des größten Action-Darstellers aller Zeiten. Da muss man ja mit Humor nehmen nach, oder? Ja, definitiv. Mit Humor müssen wir das bald, irgendwann nehmen. Jetzt aktuell ist alles noch sehr seriös, würde ich sagen. Unfassbar seriös. Meine Damen und Herren, wir sprechen über den Powerstar der 90er. Da zitiere ich jetzt die VHS, glaube ich, den Text von der VHS. Steven Segal, der Powerstar der 90er. Und das war er auch damals. Ja, absolut. War es auch Ende der 80er bereits. Und ja, wir, das war so meine Idee, in meinen Podcast so eine Art Rubrik zu bringen. Etwas, das immer wieder kommt. Ich habe schon Gäste, die immer wieder kommen. Und Jan und ich, wir haben schon gemerkt, wir haben die ganz große Podcast-Liebe gelebt mit Firestorm. Und kennen uns ja seit, seit Ewigkeiten kennen wir uns ja eigentlich. Wer unseren Werdegang noch nicht gehört hat, wir haben beide einen Blog gehabt. Jan mit der Trash Academy und ich mit meinem eigenen Dom-Path-Hooks-Movie-Blog. Geiler Titel übrigens. Und so haben wir schon 2006, 2007 rum Austausch gehabt, ohne uns zu kennen. Jetzt, bald tausend Jahre später, haben wir unsere Waffen, unsere Kräfte vereinigt, um euch verbal zu erzählen. Das Schicksal wollte, dass wir wieder zusammenfinden, offensichtlich. Ja, das Schicksal und die Zimbelaffen, die wollten, dass wir uns wieder finden. Und so fangen wir an mit der Besprechung der Karriere des Steven Seagal. Jeder, wie gesagt, etwa voraussichtlich im vier- bis sechs-Wochen-Rhythmus, wir wissen es nicht ganz genau. Angefangen mit heute, wir sprechen heute über seinen Erstling Nico, im Englischen Above the Law. Und hören irgendwann auf, wohl bei Beyond the Law, nehme ich an. Außer Seagal macht noch irgendwas. Ich befürchte, wir werden da aufhören müssen. Denn aktuell scheint es ja so, dass Seagal mit Beyond the Law auch einen Schlussstrich ziehen möchte unter seine Filmkarriere. Wäre aber auch vom Titel her perfekt Above the Law. Für uns wäre es absolut perfekt. Ja, kann ich nur so sagen, Above the Law bist du Beyond the Law, das wäre fantastisch. Besser geht es nicht. Das ist gemacht für uns. Obwohl, wenn man seine IMDb-Seite anschaut, muss man immer mit Vorsicht genießen, sind ja noch zwei Filme in Pre-Production. Der eine ist The Tip of the Spear und der andere ist Above the Law 2. Wirklich? Aber ich glaube, der steht seit Jahren da und der wird nicht mehr kommen. Das kann nicht sein. Er darf es auch nicht machen. Er darf es nicht machen. Ich glaube, Above the Law 2 stand schon als announced in der IMDb, als ich bei der Trash Academy angefangen habe, über Seagals Filme zu schreiben. Ja, ich glaube, da kam immer wieder auch das Gerücht. Und das Alarmstufe-Rot-3-Gerücht kam ja auch damals immer wieder hoch. Der wird wohl nicht kommen. Und wenn doch, dann helf uns Gott, bitte. Denn das darf nicht passieren. Wir müssen aber kurz besprechen, was machen wir mit den kleinen Rollen, die er hatte. Zum Beispiel, er war ja in My Giant zu sehen. Kennst du den noch? Äh, nee. Die Billy Crystal Comedy, wo er sich selbst spielt. Ach, ja, ich habe mal die Szene gesehen. Also, ne, ich habe mir nur mal die Szene interessehalber angeguckt. Genau, also ich würde sagen, dass wir, sollten wir Bock haben, nach Abschluss des ganzen Projektes noch ein kleines Schmankerl zu bieten, dann könnten wir ja das irgendwie noch mit reinnehmen. Ja. Wir werden auf jeden Fall alle Kinofin besprechen mit ihm. Und das ist auch einsame Entscheidung inkludiert. Mhm. Äh, wo er eigentlich nun eine kleine Nebenrolle hat. Auch Ticker? Äh, auch natürlich werden wir über Ticker sprechen, mein Gott. Ah, 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 ah. Das kleine Meisterwerk werden Half Past Dead. Und dann halt der Abstieg in die, in die DVD-Hölle. Und, äh, aber ich... Kennen wir auch so Onion Movie? Ja, das sind ja genau die Dinge. Da müssen wir uns noch drüber klar werden. Aber ich würde sagen, dass wir, Dinge wie Onion Movie, wie, äh, My Giant, äh, gab es noch was anderes, wo er so einen merkwürdigen Auftritt hatte. Von mir aus auch Agents the Dark. Aber die Dinge, wo er, wo seine Rolle wirklich so merkwürdig ist. Na gut, Agents the Dark ist ja fast schon, ich weiß nicht. Er gehört eigentlich schon zu Film Vita dazu, ne? Eigentlich müssen wir den machen, ja, das sind wir schon. Wir müssen den machen, das ist ganz klar. Aber... Der ist noch schlimmer als Attack Force. Und dann kommen wir auch noch zu China Salesman irgendwann. Ja. Den du noch nicht gesehen hast, oder? Nein. Das siehst du deswegen, machen wir das doch. Also für mich sind alle Filme neu ab, äh, A Dangerous Man. Ab A Dangerous Man, da hat der Jan keinen Schnauf mehr gehabt. Und konnte den Segal nicht mehr ertragen. Nö, würde ich so nicht sagen. Aber damals habe ich ja die, äh, Trash Academy eingestampft. Und habe dann auch nicht mehr so viel über Filme geschrieben. Und, ähm, zwar, zwar weiter geguckt, aber da waren einfach andere Projekte dann angesagt. Und Segal Filme sammeln gehörte zu dem Zeitpunkt dann erstmal nicht mehr dazu. Ist auch verständlich, denn, äh, vielleicht hat der Jan ja zum richtigen Zeitpunkt den Absprung geschafft. Ja. Denn der gute Segal hat danach Dinge produziert. Ähm, das wird dann auch für uns hart. Oder eben nicht. Denn etwas habe ich bemerkt, mit dem Jan hat man sauspaß, was zu besprechen. Und deswegen werden wir zusammen durch die Höhen und Tiefen gehen, mein Freund. Und wir fangen mit den Höhen an. Wie kann man nur? Wir fangen auf den höchsten Höhen an. Also ich habe ja gerade schon im Vorgespräch gesagt. Es ist wirklich ein, ein Abstieg in den filmischen Sumpf des Segal. Hey, unfassbar. Also du fängst, du, aber stell dir das mal vor. Du, 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 du. Hollywood ruft an. Du gehst da hin. Mit 37. Mit 37, also ich bin jetzt älter als er. Ich bin 37. Ich bin 39, siehst du. Ich kann mich sehr gut in die Lage hineinversetzen. Sehr authentisch. Wenn ich jetzt angerufen werden würde, dann, klar, würde ich dem Ruf auch folgen. Ist ja logisch. Logisch. Und dann lieferst du auch gleich noch so eine Nummer ab, wo die Actionwelt sagt, wow, das haben wir so jetzt gebraucht und noch nicht gesehen eigentlich. Du lieferst vor allem auch eine Nummer ab, die in weiten Teilen oder in manchen Teilen den Grundstein für dein ganzes nachträgliches Schaffen legt. Unglaublich. Unglaublich. Also ich, was, ja, was ist genau passiert? Der gute Steven Segal, was, was, was ist er, was war er? Er ist, also man darf nicht alles glauben, was er sagt, denn danach wäre er Russe, wäre er Asiate. Dabei ist er eigentlich, glaube ich, geboren in Michigan. Also sein Hintergrund, den er permanent anders auslegt, der ist sehr questionable. Auch er als Mensch muss man hinterfragen. Man hört nicht viel Gutes über den Mann. Das Einzige Gute, er scheint sehr tierlieb zu sein. Ganz im Gegenteil. Ja, okay, tierlieb, okay. Irgendwelche Freunde braucht jeder Mensch. Es gibt dieses wunderschöne Foto von Segal mit einem Panda-Bären, der am auf der Schuhe sitzt. Und das ist natürlich süß. Vielleicht hat er ihn danach auch gegessen. Wer weiß. Mag sein. Je nachdem, in welchem Teil der Welt er gerade unterwegs war. Das weiß man nicht. Laut eigener Aussage. Und das wird ja auch im Film nochmals gespiegelt. Denn Segal hat ja quasi eine eigene Vita an diesen Film irgendwie reingewurscht. Ja. Das ist schon mal ganz speziell. Du hast das Gefühl, du siehst ein halbes Biopic. Ja, zumindest die ersten fünf Minuten. Die ersten fünf Minuten sind irgendwie Biopic. Zumindest so, wie es der Segal uns erzählen will. Und was lernen wir da? Er ging nach Japan irgendwann. Das stimmt auch. Er war der erste weiße, erste Amerikaner, der in Japan ein Dojo eröffnet. Das ist wohl was ganz Heiliges. Man muss da einheimisch sein, um eine japanische Kampfkunst den Leuten beizubringen. Ja, er ist nach Japan gegangen und war da schon in der Lage, fließend Japanisch zu sprechen. Ja, beeindruckend, sehr beeindruckend. Absolut beeindruckend, ja. Das macht man nicht mal eben so. Und präsentierte ja auch, da kam danach zurück in die USA, hat ein Dojo in Los Angeles eröffnet, wenn es mir recht ist. Irgendwo in Hollywood, was sehr smart ist. Und unterrichtete da Aikido. Das war ja damals eine Kampfkunst, die hat man so im Fernsehen, im China noch nicht gesehen. Wir sind gewohnt, Karate waren wir gewohnt, von Karate-Get-Filmen, von Chuck Norris. Kung-Fu. Kung-Fu sowieso, 70er Jahre Kung-Fu. Boxen von Rocky, ja. Genau. Aber Aikido ist was Neues. Wie würdest du das beschreiben? Was ist Aikido? Ich muss ja gestehen, ich habe nicht viel Ahnung von Kampfsport. Aber ich würde Aikido, würde ich beschreiben als, als sehr nahen, als eine sehr nahe Angriffskunst, aber auch eine Angriffskunst, die immer so ein bisschen fließend ist. So die Energie des Gegners mitnehmen, umleiten und dann irgendwo anders hinabwehren. So würde ich es beschreiben. Also nicht dieses Full Frontal und in die Fresse, sondern eher, ja, schnell zu Boden bringen. Ja, das passt, die Beschreibung passt eigentlich ziemlich gut. Es sind wirklich tolle Würfe drin. Das sieht alles sehr elegant aus und Siegal war damals gemacht dafür. Der hat das auch auf der Leinwand in Perfektion rüberbringen können. Das hat mich als Jugendlichen damals auch komplett abgeholt. Das glaube ich. Ich habe es schon erwähnt, ich war, meine Schulkameraden, meine Klassenkameraden, die waren auf Dudikoff und Van Damme. Und ich hatte da keinen, ich hatte da keinen. Und dann hatten wir meinen Schulkollegen, der Patrick, der hat mich mitgenommen in unsere örtliche Bibliothek und wir konnten da mit unserer Karte zwei Filme ausleihen. Und das eine war, glaube ich, der Pilotfilm zu Star Trek Voyager. Okay. Der Caretaker, der Fürsorge. Und das andere war, dann hat er mir gesagt, hey, nimm diesen Film, dieser Steven Seagal, der ist super. Das war Alarmstufe Rot 2. Krass. Das war mein erster Seagal in einer geschnittenen Fassung. Moment mal. Dein erster Film war Alarmstufe Rot 2. Mhm. Wenn ich jetzt mal gerade so drüber nachdenke, wann ich meinen ersten Kontakt mit Steven Seagal hatte, dann würde ich auch sagen, es war Alarmstufe Rot 2. Nicht ausgeliehen, sondern, ich glaube, einfach vom Busfahrer eingelegt auf der Rückfahrt aus der Skifreizeit in der Schule. Und der Busfahrer hat das eingelegt. Und der Lehrer fand es okay? Die haben alle gepennt. Das war ja irgendwann nachts. Ich schieße mich tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber da hat mich das Seagal auch gleich gehabt. Da war ich drin, da war ich mittendrin und habe dann gewusst, hey, ich will mir die Filme von diesem Typen, ich will alle sehen. Ich will einfach alle sehen. Da gibt es keine Spagate, keine dummen Fressen, die er zieht wie der Van Damme, keine schlechten Schnitte wie bei Dudikoff. Da ist einfach nur brachiale Gewalt und eine gewisse Coolness, die die anderen einfach nicht hatten. Ja, eine gewisse Coolness, die, beziehungsweise damals hat man es noch als Coolness abgetan. Heute würde man eher schauspielischere Limitierung, würde man das vielleicht eher nennen. Aber ja. Er hat einfach sich selbst gespielt. Er hat ein Auftreten in Filmen, das man nur schwer ignorieren kann. Ja, der Typ hat unfassbare Präsenz. Das muss man einfach lassen. Er hat Charisma und das durfte er dann hier auch ausleben. Und was ist passiert? Er hat im Dojo einen unterrichteten Michael Ovitz. Das war ein Agent von Hollywood, der dann irgendwann gesagt hat, hey, dich mache ich zum Star. Ja, der ging zu den Warner Brothers Studios und hat da gepitcht, hey, ich habe diesen Typen 1, ach, keine Ahnung, 1,95, 1,96 groß. Der war diese Kampfsportart, das ist ganz rabiat und hey, machen wir doch was. Und das Geile ist ja, nicht mal, dass die Gal nur der Nutznießer dieses Ganzen war. Er hat auch noch die Story selbst was beigetragen, was sie war als ausführender Produzent noch tätig. Das ist auch krass, dass er wirklich direkt auch als Produzent da eingestiegen ist in diesen Filmen. Von Null auf Maximum eigentlich. Richtig krass. Wir müssen noch anmerken, er hat zu forschen bei Filmen mitgearbeitet, zumindest bei zwei. Sein war The Challenge, das ist ja John Frankenheimer Film. Oh ja, den mag ich sehr. Das ist ein, also ich kann verstehen, wenn man sich ein bisschen schwer tut mit dem Film, weil er ist doch von der Inszenierung her eher ruhig, aber ich mag den total gerne. Ich habe den noch nie gesehen, muss ich mich outen. Nee, den muss ich mir mal holen. Das könnte ich mir ja gar nicht. Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Ich muss den holen, nehme ich an. Und beim James Bond Film Never Say Never Again 1983, sag niemals nie, heisst er bei uns, hat er quasi den Martial Arts Instructor gespielt bei den Filmen und hat da, wie man sagt, auch Sean Connery den Arm gebrochen. Ja, den Arm gebrochen. Kann mal passieren, oder? Kurz mal ein bisschen trainiert und dann hat er dem wahrscheinlich einmal lustig durch die Gegend gewirbelt, weil Sean Connery vielleicht etwas Dummes gesagt hat und zack. Ja gut, wenn man hört, wie Sigal seine Stuntman behandelt, dann passt das ja ins Narrativ, wie man so schön sagt. Ja, ja. Jeder, der dem Dumm gekommen ist, den hat er ja auch abseits von der Kamera mal ein paar. Ja, John Leguizama kann da immer noch Lieder davon singen, wie er weggepanscht wurde. Naja, wir, was bekamen wir? Wir bekamen 1988 Nico zu sehen. In den USA hieß er Above the Law, über dem Gesetz quasi. Der Film hatte ein Budget und das war noch smart, siebeneinhalb Millionen Budget. Macht Sinn. Das ist für so einen kleinen Action-Thriller in Anführungsstrichen für den Zeitraum damals ein sehr vernünftiges Budget gewesen. Aber ganz ehrlich, also ich will jetzt nicht sagen, der Film schaut mega teuer aus, aber da wurde ja schon, also auch mit, du siehst ein gespieltes Dschungelszene, die da war, eine Szene an der Messe, du hast permanent, die wurde in Chicago auf den Straßen gedreht. Du hast vor allem in Chicago, also du hast viele, viele schöne Stadtaufnahmen und die wirken auch alle sehr, sehr lebendig. Also egal, wie man es auch angestellt hat, mit dem Budget zu drehen, der Regisseur hat auf jeden Fall immer darauf geachtet, dass genug los ist. Man sieht dem Film das nicht an, dass eventuell an der einen oder anderen Ecke ein bisschen zu wenig Geld da war. Sind wir genug Statisten da? Ja, genau. Du hast nicht das Gefühl, es ist ein Low-Budge, aber im Gegenteil, du hast immer das Gefühl, das ist so, da gibt es noch einen weiteren Layer, den man öffnen könnte. Und zum einen, du hast da, da wird auch immer diese Shots von den Leuten, die aus den Straßen, von den Häusern auf die Straßen runterschauen. Genau, beispielsweise das oder auch am Fischmarkt, da kommen wir ja gleich noch zu, um das ganz kurz nur einzuwerfen halt. Du hast ja dann Leute, die im Hintergrund rumlaufen, du hast selten Szenen, wo im Hintergrund nichts ist. Es sind ganz, ganz viele Details im Hintergrund. Aber gut, sag mal, können wir ja auch im Laufe... Genau, da passiert etwas in diesem Film, da passiert ganz viel in diesem Film. Regie führte Andrew Davis, den ich nehme an, wir beide sehr schätzen, oder? Absolut, und zwar nicht nur für Nico oder Above the Law, sondern auch für das, was er sonst noch so gemacht hat. Collateral Damage, meine Damen und Herren. Ja, okay, das war am Ende seiner Karriere. Nein, wir meinen natürlich, Alarmstufe Rot hat er gemacht, Auf der Flucht hat er gemacht, Außer Kontrolle hat er gemacht, und er hat drei Jahre vor Nico bereits, ich sage jetzt mal, den Prototypen von Nico versucht. Und zwar der Film Q-Sack, der Schweigsame, mit Chuck Norris, fühlt sich extrem für mich an, in meiner Erinnerung zumindest. Das ist wie so eine Fingerübung, ne? Ja, also spielt er so in der ähnlichen Welt, sind sehr ähnliche Darsteller in ähnlichen Rollen, einfach da die Hauptfigur ist, hier ist egal, früher war es Chuck Norris. Und ist auch einer der besten Norris-Streifen, so wie ich in Erinnerung habe. Das kann sein, ja. Und ich muss mir den unbedingt mal wieder geben, also ich habe den ja leider verkauft, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich habe den nicht mehr finden können, ich muss den mal losgeworden sein, ich könnte heulen, das ist unfassbar. Ja, solltest du auf jeden Fall nochmal nachholen. Aber generell, Andrew Davis ist wirklich eine Empfehlung wert. Die Dinger, die du aufgezählt hast, könnte ich jetzt noch die Killer-Brigade. Das wollte ich sagen, die Killer-Brigade aus 1989, auch der fühlt sich wiederum mit Gene Hackman und Tommy Lee Jones. Ja, und Tommy Lee Jones, ganz genau. Den er dann für Alarmstufe Rot direkt nochmal mit an Bord geholt hat. Und eben auch auf der Flucht, ne? Stimmt, ja. Ja, die beiden hatten offensichtlich eine ganz gute Beziehung, sondern einen ganz guten Draht. Das heißt für mich auch, mit dem Andrew Davis konnte man wohl gut arbeiten, denn auch die Leute kommen immer wieder zurück. Und er hat ja auch so seine paar Darsteller, die sind immer wieder da. Auch in kleinsten Rollen, und das finde ich so geil, dass man, den kenne ich doch schon, den kenne ich auch, von dort und dort und das liebe ich, das liebe ich. Wollen wir, Jan, bist du bereit? Ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem Bier. Ja, ich habe hier einen Pilsner und ich möchte nochmals gerne den Markus grüßen von Bullet & Fist, der mir dieses Bierchen vorbeigebracht hat. Was denn da leckeres? Das ist ein licher Pilsner. Keine Werbung. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist. Ach, bestimmt. Wenn der Markus dir das mitgebracht hat, dann kann es nur gut sein. Das kann nur gut sein, wenn es von Markus kommt, ganz klar. Ja, so, der Film, das Warner Brothers Logo kommt und das heisst jetzt, Jan und ich fangen jetzt an mit der Sigalbesprecher, oh mein Gott. Und direkt ballert das Saxophon rein, obwohl nicht ganz am Anfang, aber es kommt relativ schnell. Es kommt schnell. Und der 80er Saxophon-Sound. Oh, ich liebe es. Es ist so dieses Lethal-Weapon-Feeling mit einer Pornflöte, die einen setzt. Irgendwie ist da, wir sind in den 80er Jahren Hollywood. Es ist einfach nur toll. Wir sehen diese schwarz-weiss-Kilder, Baby-Bilder, Kinderbilder. Das allererste Bild in diesem Film nach dem Warner Brothers Logo ist wirklich Baby Seagal auf einem Foto. Und so ein Piano, ding, 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 ding. Und dann kommt die Flöte. Ach toll, man hört, dass der Jan und ich diesen Film sehr, sehr gut kennen. Ich habe ihn gerade erst noch gesehen, was soll ich sagen? Und was passiert? Wir sehen dann, wir hören, dass dieser eine Sprecher da aus dem Off erzählt, als ich noch ein Kind war, das und das gemacht. Mein Vater nahm mich mit an ein Baseballspiel, da war ein Kampfsport. Ist egal, spricht das ein, ne? Das war ein Seagal, ja. Das wollte ich gar nicht haupten. Das ist das Sprecher, es ist egal. Der kommt hier quasi, erzählt sein eigenes Leben. Mein Vater nahm mich mit, Baseballspiel, Aikido-Demonstration. Ich wollte es lernen, ging nach Japan, kam zurück und habe ein Dojo. Soweit wahrscheinlich auch Stand der Realität. Ja. Aber dann wurde der Seagal, also die Figur heisst Nico Toscani, wurde der Nico von der CIA angeworben. Jo, von Fox. Von Agent Fox, genau. Und was wir schon mal sagen können, Seagals Involvement in den Vietnamkrieg, zu dieser Zeit, wo das im Film behauptet wird, ist schon mal schwer möglich. Ja, zeitlich passt das gar nicht zusammen, ne? Also es wird ja behauptet, mit 22 wäre der CIA beigetreten. Dann müsste er im Film aber auch folglich viel, viel älter sein. Ja. Seine Rolle, als er tatsächlich ist oder tatsächlich zu dem Zeitpunkt war. Also rechnerisch passt das alles nicht so richtig. Also wenn wir ganz ehrlich sind, dann müsste es egal, ja zu Beginn des Films, dann müsste er um die 20 gewesen sein. Also es ist in Vietnamszenen da. Mhm. Aber ich habe ja 38 außerhalb wie 20. Ja. Und das ist okay. Ist okay. Es ist aber auch egal. Ist egal. Es ist wirklich egal. Was ist als Zuschauer, du sitzt da, auch wenn du den Film das erste Mal guckst, du registrierst nur, okay, der kann Karate. Also so würde dann der geneigte Zuschauer sagen, so, ach ja, Actionfilm, ja gut. Der kann halt Kampfsporten und ja, okay, dann geht er zur CIA und landet in Vietnam, natürlich. Egal. Ist egal, ist wirklich egal. Was aber der Film noch gut macht, er zeigt uns nicht nur den Segal, er zeigt auch Szenen aus dem Vietnamkrieg, dieses berühmte verbrannte Kind, das da wegrennt. Du siehst diese, meines Erachtens, berühmte Nixon-Rede von Above the Law und Enforced the Law und so weiter und so fort. Richtig, niemand steht über dem Gesetz. Genau, und der Film macht gleich mal Laune und zeigt uns was Großes. Da kommt was Größeres auf uns zu irgendwie, mit Verschwörung, mit Politik, mit, ah, großartig. Ja genau, er macht auf jeden Fall ein politisches Thema auf, was damals durchaus, zumindest in den USA, recht hohe Wellen geschlagen hat. Ja, und auch, ich meine, das Thema, was mit Vietnam-Veteranen passiert, die zurückgekommen sind, das ist noch etwas ganz anderes, das könnt ihr in Rambo sehen. Richtig, genau. Das ist ein ganz anderes Thema. Darum geht es nicht unbedingt, es geht auch eigentlich gar nicht um den Vietnam-Emer. Nein, es bedient sich ja einem politischen Thema, was damals in aller Munde war. Der Film setzt ein Fragezeichen hinter politische Aktivitäten und Involvement von Geheimdiensten. Korrekt. Setzt aber auch ein Fragezeichen in Flüchtlingspolitik, setzt ein Fragezeichen in, ach, keine Ahnung, der Film macht sehr viele, viele Themen auf und darüber werden wir jetzt auch gleich noch sprechen. Wir sehen, wir sind 1969, Vietnam, das wissen wir, da spielt es, das sehen wir gleich mal, wie ein Vietnamese gefoltert wird. Und ich bin eh noch dankbar, dass es nicht noch expliziter war, denn ich hätte mir da noch gorigere Szenen vorstellen können. Ja, wäre aber nicht zweckdienlich gewesen. Also eigentlich hat ja für den, es reicht ja, wenn man einfach eine Spritze in die Kamera hält und sagt, so, hier ist jetzt irgendwie die Wahrheitsdroge drin und so. Ja gut, er hat noch gesagt, ich schneide dir jetzt gleich den Fuß ab und dann schmeiße ich den Eimer da drüben. Genau, ja genau. Und dann ein bisschen mit dem Messer vor der Kamera rumfuchteln, dann ist doch klar. Ich meine, wir reden hier gerade von Henry Silver, das darf man ja auch mal schon direkt droppen. Das ist halt der Bösewicht in dem Film. Und Henry Silver, wer den schon mal gesehen hat, der ist halt sowas von prädestiniert auf diese Rolle. Das ist ja unfassbar. Da kann mir doch keiner erzählen, dass man sich den anguckt und denkt, ach man, das ist aber ein netter Mensch. Den hätte ich gern als Nachbarn. Ja. Oder die Muttis gucken sich den an, ach, der ist aber so ein Schwiegersohn, hätte ich gerne. So, nee, das ist nicht Henry Silver. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, der Henry Silver. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber hat der mal so einen netten Schwiegersohn gespielt in jüngeren Jahren? Keine Ahnung. Ich kenne den hauptsächlich so aus dem italienischen Kino. Okay. Der hat ja relativ viele Ausflüge, glaube ich, in diese, wie heißt der? Polziotti Filme. Okay. Polizei, Krimi, italienische Filme. Daher kenne ich den. Scheint übrigens noch zu leben. Ja. Also ich, äh, ist geboren. Und der war bestimmt auch mal bei MacGyver oder A-Team oder Knight Rider oder so. Da ist er bestimmt auch mal rumgesprungen. Also wenn der bei Knight Rider gewesen wäre, hätte ich ihn vergessen, dann wäre es ein Skandal. Nein, ich glaube sogar nicht. Ich bin fast, nein, ich sehe da nichts von diesen Serien. Nein, 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 nein. Nee? Egal. Henry Silver, meine Damen und Herren. Ja. Äh, äh, wir lernen auch, es geht um Opium. Äh, wurde da irgendwie Opium unterschlagen von diesem einen Vietnamesen oder seiner Bande? Keine Ahnung. Und du als Zuschauer machst gleich mal die Verlinkung, äh, Moment, das CIA-Opium, äh, um was geht's eigentlich? Genau, was du aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfährst, ne? Und es ist egal, Nico, Nico stellt fest, hier läuft irgendwas falsch. Er war der Meinung, sie hätten da diesen Vietnam-Kämpfer oder diesen Vietkong-Kämpfer festgesetzt, um militärische Informationen aus dem, äh, rauszukitzeln. Aber tatsächlich will dann hier der CIA-Mensch, äh, Henry Silver, Sagan, heißt er, möchte wissen, was mit seinem Opium passiert ist. Und das passt nicht zusammen. Was hat die CIA, was hat jemand von der CIA, ein Mann aus dem Geheimdienst, mit, äh, Opium-Lieferungen zu tun? Ja, und das stellt Nico dann auch ganz schnell in Frage. Zurecht. Ja. Und, äh, interveniert dann auch gleich und, äh, verhindert, dass Sagan, ähm, dem Typen den Fuß abschneidet. Ja. Richtig. Und verschwindet dann in den Dschungel und sagt, er wäre raus. Ich bin raus, ich bin raus. Genau, irgendwie sagt er was. Ego! Er lauf! Ich muss sagen, dass, äh, ich bin natürlich groß geworden mit der deutschen Fassung des Films. Mhm. Du wohl auch, VHS damals. Und, äh, noch mal, es war einfach die Zeit, wo ich der Meinung bin, die deutschen Fassungen waren einfach sau gut. Also, wer was anderes behauptet, dann ist dieses typische, ach, ich muss es immer im Englischen schauen, weil nur so ist es original. Okay, verstehe, aber es ist auch diese gewisse, diese coole Gespieltheit der Leute. Ah, ich schaue es im Englisch, weißt du. Ich kann halt Englisch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich arbeite fünf Tage die Woche, nur in Englisch. Ah, okay. Ja, mache ich auch. Und trotzdem liebe ich es abends, einen Film auf Deutsch zu schauen, wenn die Übersetzung gut ist. Ja, man muss jetzt auch mal dazu sagen, also in den meisten Fällen, gerade was so jetzt so 80er Jahre größere Kinofilme angeht, haben wir ja einfach in Deutschland eine unfassbar gute Synchronisation schon immer eigentlich gehabt. Die Synchronisationarbeit in Deutschland, die steht ja ganz vorne. Fraglos, fraglos. Und das ist auch übrigens in einem wunderbaren Podcast, die Jungs kennen mich vielleicht jetzt auch ein bisschen, der King of Queens Podcast. Den gibt es, das sind zwei Deutsche, die machen das. Und die hatten da jetzt gerade in der aktuellen Episode den Sprecher von Doug Heffernander, den deutschen Sprecher. Und alleine da schon zuzuhören, denkst du, die sitzen da mit Doug. Ja, ja, du hast so viele Bilder im Kopf dazu. Das ist so geil. Und das auch so übereinander zu bringen mit dem Synchronsprecher. Genau, genau. Das ist toll. Fantastisch. Jedenfalls, ja, ich habe ihn in dem Film auch schon in Englisch gesehen, aber meine letzte Sichtung war auf Deutsch, einfach weil... Ja, meine auch. Das sind meine Jugenderinnerungen und die will ich auch mir nicht wegnehmen lassen. Das spielt auch eigentlich am meisten da rein bei solchen Filmen, um das jetzt nochmal mit einem Satz abzuschließen. Ich gucke mir solche Filme dann auch grundsätzlich auf Deutsch an, weil ich sie so kennengelernt habe und so schätzen gelernt habe. Und dann, ja. Das ist wie Nightrider anschauen auf Englisch. Das ist irgendwie so weird. Oder auch die Star Trek-Serie, die alten. Ich schaue das so, wie ich es damals geschaut habe. Ich weiß, viele Freunde von mir, die verstehen das nicht. Du hast den Klang so im Kopf. Ja, ja. Und teilweise ist die Übersetzung, ja klar, ein bisschen missraten, wenn es um so typisch amerikanische Dinge geht. Wenn du mal El Bam, die eine schreckliche Familie gesehen hast, dann weißt du, was ich meine, wenn die von Helmut Kohl sprechen und so weiter. Aber das macht ja im übertragenen Sinn, macht das ja absolut Sinn. Dass man dann was nimmt, dass der deutsche Zuschauer auch versteht. Ja. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die sind mir dann auch wurscht. 1988. Chicago. Wir sind in Chicago. Genau. Szenenwechsel. Szenenwechsel. Harder Cut. The Windy City heisst, glaube ich, Chicago. Das ist der Übername, glaube ich. The Windy City. Ich war noch nie da. Ich wollte immer nach Chicago. Chicago habe ich es auch noch nicht geschafft. Und wir sehen eine Babytaufe. Ja, ist ein kleines Papa geboren. Hat er gut gemacht. Hat sich eine hübsche Frau geholt, die Sharon Stone. Wie ist die Sarah? Die einzige Szene, in der sie nicht flennt. Stimmt. Stimmt, glaube ich, wirklich. Spoiler. Spoileralarm. Sharon Stone ist eine Heulsuse in diesem Film. Es ist unfassbar. Aber wir sehen diese Taufe. Auch der Pfarrer Gennaro. Gennaro heisst er. Gennaro. Ja. Genau. Wir werden Sie Gal in Zukunft nie mehr so sympathisch sehen, wie in diesen Szenen mit Familie. Ja. Also es ist so, hey, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber so sympathisch war der nie mehr. Ich bin mir ziemlich sicher. Warte mal, gibt es überhaupt noch einen anderen Film, wo er den ganzen Film über? Sympathisch ist ja Fight I'm Below. Fight I'm Below. Wie er so auch so mit Familie und so gezeigt wird. Meistens stirbt die Familie. Ja, bei Hard to Kill ist halt direkt, ne? Da wird halt kurzer Prozess gemacht. Ja, aber schon bei Hard to Kill. Wir kommen ja auf Hard to Kill bald zu sprechen. Hard to Kill entledigt er sich quasi diesem Charakterzug, seine Filmcharaktere. Aber hier war er noch irgendwie tapsig. Er hat gelacht irgendwie. Er hat alles ganz nett gespielt. Und auch diese ganze Babytaufe mit dem Barbecue draussen auf dem Rasen fand ich grossartig. Es wird richtig krass versucht, ihn irgendwie sympathisch in diese Filmwelt einzuführen. Da war entweder ihm oder auch Andrew Davis. Ich weiss nicht genau, wer da die Fäden mehr in der Hand hatte oder wer mehr Fäden in der Hand hatte. Keine Ahnung. Also im Wissen, wie Seagal später Storys schreiben wird und sich selbst auch gut darstellen lässt. Es muss Andrew Davis gewesen sein, der gesagt hat, ich will diese Figur so aufbauen, dass die Leute da Sympathien für ihn haben. Aber offensichtlich muss das auch so ein Geben und Nehmen gewesen sein im Charakterbau. Denn ich kann mir nicht vorstellen, so viele Sachen, wie Seagal hinterher, so viele Sachen wie in seinen Rollen wiederzufinden ist, die auf Nico zurückgehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles nur von Andrew Davis kam. Aber ja, jedenfalls, wir sind auf dem der Pate-Revival-Party. Und was ist das Spezielle daran? Nikos Familie entstammt aus Mafia-Strukturen. Das lernen wir. Er hat Familie in der Mafia, sagt auch der Trailer. Nico hat einen schwarzen Gürtel, sechster Darm in Aikido. Und, nee, Freunde in der Mafia heißt es. Freunde in der Mafia. Aber es ist eigentlich Familie in der Mafia. Das heißt, sein Onkel Branko scheint so ein Mafioso, Mafia-Oberboss zu sein. Ein Mafia-Typ hat. Das ist doch total gut, als die Mafiosi sich da auf der Gartenparty unterhalten und dann so zu den Cops, die am Grill stehen, so rübergucken und meinen so, ah, das sind ja hier die ganzen Bullen, so viele auf einem Haufen. Wie war das noch? Wenn man hier was zu essen anbietet, dann kommen sie alle aus ihren Löchern. Genau. Ey, haben wir den einen da drüben nicht schon gekauft? Und gleichzeitig motzen die Cops über die Mafiosi. Es ist ganz ehrlich, das ist für mich schon, der Film hat schon mehr Atmosphäre als viele generisch Actionfilme sonst. Da macht hier die Tür auf, von wegen, da ist eine Welt, die wir jetzt erkunden könnten, wenn wir noch Nico 2, 3 und 4 gehabt hätten danach. Ja, und das ist auch nicht einfach. Also diese Gartenparty, die wirkt auch so bodenständig. Die ist halt in so einem kleinen Garten irgendwo in der Vorstadt, hinter so einer Holzhütte und auch mit ganz vielen kleinen Details ausgestattet und so. Und das wirkt alles sehr, sehr bodenständig. Das wirkt gar nicht künstlich. Nein, das ist absolut echt. Das könnte auch bei uns im Garten sein. Ja, nur ich bin kein Mafiosi und auch kein Polizist. So ist es dann auch. So, und da hast du ein paar Arbeitskolleginnen und Familie da. Und dann taucht die Partnerin auf von Nico. Jax. Jackson. Jackson. Dolores Jackson. Pam Greer. Pam Greer, meine Damen und Herren. Das war meine erste Begegnung mit Pam Greer. Und ich finde die Frau großartig. Ich finde ihre Figur großartig. Also nicht ihre körperliche Figur. Einfach den Charakter, den sie spielt, finde ich einfach großartig. Die bringt so viel Wärme und Spielfreude mit. Es ist krass, woher die eigentlich kommt, was sie früher für Filme gemacht hat. Diese Blacksportation-Streifen, da habe ich mir ein paar angeschaut. Ja, damit ist sie groß geworden in den 70ern. Die starke Frau. Ja, und oft nackte Frau. Ist einfach so. Also, wie hieß es noch? Gefangenenketten oder irgendetwas. Also, war ja Standard. Da musst du eine Brust rausschauen, damit es ein Pam Greer-Film ist. Das ist einfach irgendwie. Das ist meine Ansicht über Pam Greer. Das habe ich damals aber nicht gewusst. Ja. Und, äh. Ja. Man hat natürlich später nochmal von Tarantino wiederentdeckt, ne? Quasi. Ey, wo war das nochmal? Welchen Film? Jackie Brown. Jackie Brown. Oh, sorry. Ja, logisch. Ja, logisch, Jackie Brown. Einer der Tarantinos, die ich viel zu wenig gesehen habe. Ja, das ist einer der Filme, die auch oftmals als ein schlechter Tarantino genannt werden. Aber, ähm, ich würde sagen, Tarantino bezieht sich ja ganz oft auf irgendwelche, der bezieht sich ja ganz oft auf irgendwelche Hintergründe, auf irgendwelches Filmwissen. Ja. Und das hat er da halt auch gemacht. Ich habe ganz klar die Meinung, Tarantino hat keine schlechten Filme, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist der Chor. Ähm, wir sehen auch gleich Nikos, was, die Großmutter oder die Tante, Großtante, die da am Wein ist. Die Großmutter. Die Großmutter. Nikos Großmutter lebt noch. Nikos Großmutter lebt noch und. Ist am Wein, die ist traurig. Weil, äh, die Lucia, das ist die Cousine von Nico, glaube ich, oder, ja, muss ja, oder? Die Großmutter ist. Die Cousine, genau. Das ist wohl die Cousine von Nico, die, äh, ist wieder abgehauen und hängt mit so einem komischen Typen rum. Das ist nicht gut. Für den Typen ist das sehr, sehr schlecht. Und, äh, wir lernen auch, dass Nikos Planung, äh, Arbeitsplanung nicht so gut ist, denn wenn du die Taufe hast von deinem Kind und dann gleich zum Streifendienst musst, scheiße geplant, Nico. Am selben Tag noch, ne? Er sagt dann, ja, okay, ey, ich muss weg, ich muss noch arbeiten. Er verpieselt sich einfach von der Party, schnappt sich seine Partnerin, die noch voll aufgetakelt neben ihm im Auto sitzt, hält neben irgendeiner Bar an und, äh, sagt ja nur, ey, ich muss mal kurz pinkeln. Hier? Ja. Hier? Was? Ja, ja, dann wäre ich wieder da. Zack, und dann geht's rein in die Bar. Ja. Meine erste Frage, kennst du diesen einen Typen an der Bar in der schwarzen Lederjacke? Kennst du den? Du meinst Michael Rooker? Ich meine Michael Rooker, mein Freund. Ja, Michael Rooker sitzt da, hat einen Satz, mehr aber nicht. Mehr gibt's auch von ihm nicht zu sehen, glaube ich. Nee, er kriegt auch nicht auf die Fresse, er darf das einfach nur sagen, er darf einfach nur in dieser Bar rumhängen. Das ist doch schön. Darf mal eins trinken gehen. Toll. Ja. Aber du hast Michael Rooker. Dass er nicht wieder da reingekommen ist. Und was, Michael Rooker ist da für einen Satz und eine Szene, toll. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu dem Zeitpunkt gerade einfach irgendwo in der Nähe war. Ja, ja, genau. Dass sie das gedreht haben, ne, er hat sich einfach mit da reingesetzt. Möglich. Das ist toll, aber toll, hat mir, hat mir sehr gefallen, wenn du's, wenn du's nicht weißt, dann siehst du's vielleicht nicht, aber wenn du's weißt und du siehst, dann bist du sehr glücklich. Michael Rooker. Jedenfalls, der Nico geht halt an das jetzt, dieser Film established alle Segalmaneurismen, die es später geben wird. Ein Mann kommt in eine Bar. Das ist jetzt kein Witz. Das ist ein Segalfilm. Meistens endet's ganz, ganz böse für die anderen. Auch hier hat ein Bild der kleinen Lucia dabei und fragt da mal rum, hat einer meine Cousine gesehen? Hat einer dieses Mädchen gesehen? Und dann gibt einer, die einfach die falsche Antwort ist. Ja, keiner kann sich, genau, ich hab ihren Kopf nur von oben gesehen. Von oben gesehen. Und Segal, wie sich Segal da abwendet und sagt, haha, that's funny. Sehr witzig. Das fand ich gut. Ich hab ihm das abgekauft, dass er es da... Und wie er den Typen auch die Fresse gibt, ist einfach toll. Und jetzt meine Frage, welche Fassung hast du? Ich hab die ungeschnittene. Gut für dich. Denn ich bin ja groß geworden mit der geschnittenen Fassung des Films. Und das dann noch... Wie, 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 war da mal ein Schnitt, oder was? Ja, in der geschnittenen Fassung, wie ich mich erinnere, gibt er ihm mit dem Ellenbogen zwei in die Fresse. Und dann ist gut. In der ungeschnittenen kommt noch die Faust zweimal dazu, oder? Und das ist die gebrochene Nase und Blut. Ja, ja, der vermöbelt ja vor allem zwei direkt hintereinander. Also, der haut ja zwei direkt hintereinander auf die Nase. Kann ich nicht mehr ganz in an die geschnittene Fassung, aber das, was ich weiss, du siehst diese Faustschläge ins Gesicht, die siehst du auf jeden Fall nicht, die gebrochene Nase zum Teil. Du siehst nicht, wie er geschlagen wird. Das ist ja wirklich nur eine halbe Sekunde oder so. Das ist ganz schnell. Das ist ja so ganz, ganz, ganz schnell geschnitten. Das Beste ist der Typ mit dem Revolver. Wie er den auf die Matte legt, finde ich einfach ganz groß. Einfach direkt... Er hat einfach rumgewirbelt. Er hat ihn einfach umgeworfen. Er hat ihn einfach... Und diese Eleganz in dieser Szene, das hat mich einfach völlig umgehauen. Schon damals ist es einfach nur geil. Das ist immer noch einfach nur geil. Sämtliche Action-Szenen in dem Film sind vielleicht noch nicht so ausgereift wie in den späteren Werken oder in den direkt darauf folgenden, aber du kriegst einen unheimlich guten Vorgeschmack darauf, was da noch an Härte in den Action-Szenen auf uns zukommen wird. Ja, und ich bin aber auch der Meinung, dass diese Eleganz in den Kampf-Szenen, die geht nicht verloren, aber die wird ein bisschen ersetzt durch Effektivität in den zukünftigen Filmen. Das ist aber hier auch schon zu sehen, finde ich. Ja, aber es wirkt alles noch... Es sind noch sehr viele Würfe, alles wirkt sehr rund. Es sind sehr viele runde Würfe, die es da gibt. Ah, so meinst du das. Und das wird zukünftig... Er wird noch massiv brachialer werden in Zukunft. Massiv. Freue ich mich auch drauf. Aber diese Eleganz von Nico, das ist schon... Das ist schon ein großes Kino. Eine Tür kracht auf und Nico kommt in ein Schlafzimmer rein, ein Hotelzimmer, wo gerade ein Typ mit seiner... mit der Lucia am Koksen ist. Oder ist es Crack? Ja, oder Crack. Auf jeden Fall. Irgendwie... Ist es, glaube ich, Crack, oder? Pfeifchen. Machen sie sich gerade an. Willst du high werden, mein Freund? Willst du high werden? Ich kriege direkt eins aufs Fressbrett. Da wird nicht lange gefackelt. Er packt seinen Kopf auch mehrmals auf den Nachttisch. Willst du high werden? Bam! Willst du high werden? Bam! Ach, das ist so toll. Und der Typ tut mir richtig leid, weil der ist so lidiert danach. Ich habe geschrieben, der Typ wird leicht angeprügelt. Angeprügelt. Also, das ist noch schlimmer, als zu Boden geworfen zu werden, weil der demütigt den so sehr. Ja, ja. Er schaltet ihn nicht aus, aber er macht ihn einfach... Ja, er macht ihn klein. Ey, der kann noch froh sein. Er macht ihn sehr, sehr klein. Der kann noch froh sein, ist der nur mit einer gebrochenen Nase davon gekommen. Der hat da wirklich Glück gehabt. Weißegal, hast du wirklich Glück, wenn du nur was gebrochen hast. Wir lernen aber auch, dass dieser Typ weiß, wo irgendein grosser Drogendeal stattfinden soll. Und irgendein Name eines Anwaltes, der drinnen verstrickt ist, erfahren wir auch. Armandano oder irgendetwas in dieser Art. Armandano. Salvano, Ortista Salvano. Genau, der da wohl irgendwie schon auch länger auf hier im Blick der Polizei ist, ne? Genau, da setzt Nico dann als nächstes an. Aber ich muss schon sagen, dass die Story schon ein bisschen verkachelt ist und man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, was passiert jetzt ganz genau. Also es ist nicht diese klare Rache-Geschichte, die wir jetzt sehen. Es gibt viel investigative Arbeit und so geht es ja auch gleich weiter, denn es ist schon eine Szene nachts und Nico und Jax sind auf Beschattungstour. Ja, ist egal. Oder Nico ermittelt so vor sich hin, ne? Ich hab ganz lange Zeit, hab ich die Story von Nico abgespeichert als überkonstruiert. Ne? Weil die ist schon nicht, ja, so die einfachste Ware ist die nicht. Man muss schon ein bisschen aufpassen, damit man die Verzwickung und die Verkettung und so miteinander irgendwie klarkriegt. Nur unterm Strich ist sie aber auch nicht dumm. Ne? Also sie funktioniert schon. Wenn man den Durchblick behält. Wenn man sich aufschreibt, was, wo, wer, wie, wann, warum. Ja, ja, wirklich. Man muss so halbwegs ein bisschen am Ball bleiben. Ich wollte mich fragen, findest du Seagal und Pam Greer? Wie findest du die beiden denn so zusammen? Ich finde die, also einfach nur als Filmduo harmonieren die eigentlich relativ gut miteinander. Oder? Das seh ich eben auch. Seagal hat auch da so noch so eine Mischung aus Locker, Lockerheit und so ein bisschen auch Unbeholfenheit teilweise in manchen Szenen. Und sie gleicht das aber schön aus. So wenn er den Macho raushängen lässt, dann ist er da auch irgendwie voll in seinem Element. Da gibt es ja auch so ein paar Szenen, wo er sie dann zurechtweist und so. Und ja, in manchen Szenen profitiert er aber auch sehr von ihrem Dasein. Also sie lässt ihn eigentlich mit ihrem Schauspiel noch ein bisschen besser aussehen. Oh, auf jeden Fall. Und ich finde vor allem, dass die beiden zusammen sehr viel Chemie haben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die beiden zusammen das massiv bessere Pärchen als Seagal und seine Frau. Ja, mir ist das das erste Mal aufgefallen. Wir haben Nico ja auch mal besprochen hier für die glotzenden Zimbelaffen. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Aber da haben wir ja nur so 20 Minuten oder so drüber gequatscht. Und da hatte ich ja auch schon das Fass aufgemacht und habe einfach mal in den Raum geworfen. So, ey, wie seht ihr das? Meint ihr, Nico und Jackson haben vielleicht eine Affäre? Und da kam ja nur von meinen MitstreiterInnen nur zurück. Naja, da wollen wir jetzt hier. Also ne, das geht uns jetzt aber zu tief rein. Nö, bei mir nicht. Aber als ich den jetzt heute nochmal gesehen habe. Ich glaube, der Nico geht da tief rein. Aber hallo. Aber das ist einfach so. Und das Schöne ist, sie macht das sogar noch seiner Frau gegenüber am Barbecue, macht das sogar eine Anspielung. Ey, wie krass war das denn bitte? Wie creepy. Und das war ganz klar so gespielt, damit die Frau... Sie haben sich aber aufgebrezelt heute. Ja, du müsstest sie mal auf dem Polizeirevier sehen, da kommst du manchmal nur in Unterwäsche. Ja, und das war für mich ganz klar. Die beiden machen Scherze drüber. Ha, 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 ha. Und dabei geht es da richtig zur Sache zwischen beiden. Das ist für mich keine Frage. Die pimpern rum, wo sie nur können. Und das wird so oft angedeutet. Obwohl Jacks ja sogar noch sagt, sie hat ein Date sausen lassen für diese Beschattung. Sie hat ein Date sausen lassen für die Beschattung. Ja, aber vielleicht muss da Nico jetzt noch ein bisschen... Ihr war es wichtiger, bei Nico zu sein. Ja, es war ihr wichtiger, bei Nico zu sein. Das finde ich doch... Romantik ist noch nicht tot. Ja, und wenn du das einmal im Kopf hast und darauf achtest, dann kannst du es nicht mehr überhören. Hard to be unseen. Es ist einfach so. Und das sind auch am Anfang auf der Party, auf der Gartenparty, das ist noch das Offensichtlichste. Aber es gibt noch mehr Sätze. So ein paar kleine Sätze, die sie loslässt. Und wenn es nur so ein Nebensatz ist und so... Am krassesten, finde ich, wird es dann, wenn Jackson im weiteren Verlauf angeschossen wird. Und Nico denkt, sie ist tot. Da kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf. Da kommen wir noch drauf, genau. Aber da... Gut, wir erfahren, also der Segal, der Nico, der hat da irgendwie ein Telefon angezapft. Und die hören da mit, mit so Knopf im Ohr und erfahren, es gibt ein Datum und Ort einer Drogenübergabe. Und wir folgen den Lumpen mit irgendwelchen Girls in irgendeinem Lokal, in so einem Tanzlokal, in Bar, was immer. Ein Luxusschuppen irgendwie, oder? Ja, genau. Sie gehen halt ein bisschen auf Undercover-Tour und schauen mal, was sie noch so rauskriegen können. Es gab für mich da eine Szene an der Bar, wo Nico und Jackson an der Bar stehen und sie gar... Sorry, ich sage immer, es ist egal. Nico, der bläst so die Backen auf, so... Und da habe ich das Gefühl gehabt, da wusste der Schauspieler nicht so genau, was er jetzt mimisch machen sollte. Ich mache mal... Es gibt so ein paar Szenen, wenn er gerade nicht so wirklich was zu tun hat. Und einfach nur da sein muss. Und gerade nicht läuft und nicht redet und so, sondern einfach nur da sein muss. Dann gibt es so ein paar Szenen, wo man Zigall schon ansieht, dass er in dem Moment so ein bisschen überfordert war, glaube ich. Also manchmal hat man auch so ein Fragezeichen bei ihm über dem Kopf. So, äh, wo... Was mache ich jetzt? Aber es sind wenige Szenen. Es sind wirklich wenige Szenen. Also ich im Großen und Ganzen glaube, kaufe ich ihm da wirklich alles ab, muss ich echt sagen. Ähm, gut, ähm, wir sind dann auch, da wird ein bisschen getanzt, schön und gut. Und schon geht's, ähm, schon ist Dienstag und wir sind am Fleischmarkt. Genau, wir sind am Fleischmarkt. Es ist Tag, es ist morgens, oder? Die Übergabe stattfinden, die Polizei hat sich positioniert auf dem Dach und unten in den Gassen. Ja, herrlich unverdächtig in weißen Metzgeranzügen und, äh... In weißen Knöpfen im Ohr. Und ich denke mir, ja, klar, so läuft jeder, der da arbeitet, läuft rum mit so einem Knopf im Ohr. Und vor allem, jeder hat so eine Frisur wie Steven Seagal, der einfach die Haare nach hinten geschleimt hat und da als Metzger rumläuft. Das ist einfach... Und da gab es einer seiner Kollegen, der Lukic, sagt er nicht sogar noch was? Kauf dir keinen ab, dass du ein Metzger bist. Du bist so schön für einen Metzger oder irgendwas, oder? Ja, ja, genau. Das lässt auf jeden Fall noch so einen doofen Schwuch los. Da passt noch eine Gitteranspielung an den Film selbst. Das stimmt. Das kauft dir wirklich keiner ab. Und ich mag diesen Schlagabtausch zwischen Jax und Nico, wie die sich da so ein bisschen anteasern, wie sie da rumflirten vielleicht auch. Aber das ist alles so sympathisch, weißt du? Ja, und es ist alles auch so beiläufig. Aber das sind doch genau die Gespräche, die man hat, die man als Freunde ja auch hat. Genauso geht man miteinander vielleicht auch um. Absolut. Abgesehen vom Rumpimpern, aber so geht man miteinander um. Aber man macht sich auch Sorgen umeinander und man weiß, dass da gleich vielleicht die Kacke am Dampfen ist. Und deswegen spielt man das so ein bisschen runter mit so ein paar coolen Sprüchen und so ein paar kleinen gegenseitigen, neckigen Sprüchen und so. Wir erfahren auch, dass FBI scheint noch vor Ort zu sein. Das erfahren wir auch noch unabgesprochen. Also da wollen alle gerade das gleiche Opfer haben, nämlich diese Drogenhainis. Genau, die noch unprofessioneller da rumtanzen. Ja. Also die sind offensichtlich irgendwie. Unfassbar. Aber Zugriff, es gibt eine richtig geile Schießerei, muss ich sagen. Mega gut. Sau gut. Mega gut. Und da auch, also da die Action wirklich kurz und knackig, aber richtig fetzig inszeniert. So, und dann die große Überraschung, Seagal springt auf das flüchtende Auto. Und er ist da wirklich drauf. Der ist da drauf? Ja, er ist da wirklich drauf. In mehreren Szenen sieht man, dass er auf dem Autodach durch die Gegend gefahren wird. Ja. Und sieht man danach auch nie wieder. So viel Stuntarbeit. Wir werden in einigen Monaten, einigen Jahren über einen Film sprechen namens Sniper Special Ops. Und dann werde ich an diese Szene vielleicht erinnern, was das Egal damals alles gemacht hat. Und dass er auch heutzutage nur noch auf einem Stuhl sitzt. Dieses Foreshadowing. Dieses Foreshadowing, ja. Wir haben eine tolle Reise vor uns. Ja, das Geile ist aber, Nico hat sich auf diesem Wagen auf dem Dach festgeklemmt und wirkt durch Fenster diesen Typen, bis er eigentlich blau wird. Mega gut, ja. Der Typ versucht noch durchs Dach zu schießen, aber schafft es natürlich nicht. Hat nur einen Revolver, ganz schnell leer geschossen. Ist egal. Kreilt sich darauf fest. Und er haut ja auch einfach mit der Faust durch die Scheibe. Ist auch so gut. Einfach kratschen. Das ist einfach nur geil. Also das ist einfach. Ich bin bislang, ich kann den Film bislang nur in höchsten Tönen loben. Der macht bislang einfach alles richtig. Ich finde es auch toll, als der Wagen dann stoppt und die Typen verhaftet werden, wie Jackson stinksauer auf Nico ist, weil er sich selbst in Gefahr gebracht hat. Und Nico das offensichtlich gar nicht versteht so richtig. Er guckt so richtig, oder was heißt nicht versteht? Ne, so würde ich es gar nicht nennen. Er guckt so konsterniert. Ja. Und gleichzeitig auch so überrascht. Ja. Aber dann, vielleicht auch, wenn man diese ganze Hintergrundgeschichte so, oder wenn man diese Geschichte um die Beine vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behält, guckt er vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja nicht traurig, aber erwischt so ein bisschen. So, ah, ja, stimmt, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, kann wirklich sein, wer weiß, wer weiß. Wir lernen, das war kein Drogentransport, sondern da wurde C4-Sprengstoff transportiert. Ja, genau. C4-Sprengstoff und man ist sich nicht sicher, wie zum Teufel ein kleiner Drogenbaron von Chicago an militärischen Sprengstoff kommt. Mhm, 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 wir lernen jetzt auch, es wird jetzt langsam kompliziert, wir haben Drogen im Spiel gehabt, die CIA wurde zu Beginn des Films genannt, jetzt kommt Militärsprengstoff dazu, das FBI haben wir vor einem Minuten auch schon kennenlernen dürfen, das sind schon sehr viele Staats-Services, die da langsam irgendwie mitmischen, oder? Ja, ja, absolut. Und man erkennt als Zuschauer auch noch nicht den Zusammenhang, also man tappt auch selber komplett im Dunkeln zusammen mit Nico, der ja, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt schon ranzitiert wird, ne? Nee, kommt noch. Also kurz danach. Kurz danach, also weiter geht's, es ist wieder nachts und wir sehen so einen anwaltsähnlichen FBI-Typen, den Agent Neely und... Ach ja, stimmt, genau, da gab's noch die Szene, richtig, da wird dann Salvano wird quasi wieder freigelassen. Und wir erfahren, dass der offensichtlich gemeinsame Sachen mit dem FBI schon seit längerem macht. Jawohl. Und so ein bisschen schützend die Hand über ihn halten. Kennst du den dunkelhäutigen Darsteller neben Neely? Äh, ja, vom Sehen her, muss der mir was sagen? Hast du mal Baywatch gesehen? Ah, selten. Spielt er da mit? Ja, das ist der Garner Allenby, da spielt er diesen Strandpolizisten, der immer bei den Baywatch-Heinis rum und... Ja, also ich muss sagen, die Fresse kennt man. Ja, die Fresse kennt man, ja, ja. Da habe ich sehr gefreut, dass wir Garner Allenby sehen, der hieß, wer heisst er, Gregory Allen Williams heisst er. Der spielt ja Agent Hellerin, ist eine kleine unbedeutende Rolle, der hat zwei, drei Sätze, aber trotzdem, hey, es ist Garner, ist da, finde ich cool, irgendwie, hat was. Wir lernen auch jetzt schon, die Lumpen werden freigelassen und schon läuft uns Sägon wieder über den Weg. Das heißt, wir lernen nach etwa 20 Filminuten oder sogar weniger, ah, der Bösewicht vom Vietnamkrieg, der zieht auch hier die Fäden. Er musste natürlich irgendwann wieder auftauchen, sonst hätte man den ja nicht so prominent in Vietnam eingeführt. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt ein bisschen ein merkwürdiger Zufall, so würde ich es mal nennen, weil einerseits arbeitet Salvano mit dem FBI zusammen, wegen den Drogengeschichten. Andererseits arbeitet Salvano aber auch für Sägen, um die, um der C4 ins Land zu schmuggeln. Also, ist eine ganz merkwürdige Überschneidung und Sägen, also ist quasi CIA und, ähm, Neely als FBI-Agent auf der anderen Seite, beide wissen aber nichts voneinander. Und, ähm, ja, kochen so ihr eigenes Süppchen und die Verbindung ist irgendwie Salvano und das, ähm, Neely, das kann man den Film so ein bisschen ankreiden. Das ist schon... In der Story, das ist so ein bisschen faul. Der Film bringt ganz viele Player mit ins Spiel, aber das Zusammenspiel dieser Player ist nicht so gut vielleicht. Ja, also da merkt man schon, da ist so ein bisschen Sand im Getriebetrieb. Also, für dich als Zuschauer ist es schon hart nachzuvollziehen, um was geht es da gerade. Und das, da müssen wir vielleicht nochmals am Schluss drüber sprechen, worum ging es eigentlich ganz genau. Ja, ja, genau. Also, Nico erfährt am nächsten Morgen und dass eben die Lumpen um Salvano freigelassen worden sind. Nico stürmt raus und natürlich, was macht ein Ende 80er Jahre Held, der was auf dem Kasten hat, der ermittelt natürlich, weiter, obwohl er gar nicht darf. Aber Jackson und er, die bleiben dran, die verfolgen, die beschatten diesen Salvano und gehen in eine Kirche mit ihm quasi, ja? Ja, in die Kirche, die wir auch schon kennengelernt haben, denn es ist einfach die Kirche, wo auch schon sein Kind getauft wird. Und Jackson lässt es ja auch in einem Nebensatz fallen, ist das, hey Nico, ist das nicht die Kirche, bei der deine Mutter immer in die Messe geht? Ja, es ist sie. Genau. Und Salvano und sein Handlanger gehen in diese Kirche, gucken sich ein bisschen um, zünden eine Kerze an, stellen da so ein paar Tulpen in so eine Vase und verschwinden wieder. War schon alles, oder? Ja, die sind einfach nur in diese Kirche gegangen, um sich da umzugucken. Aber das ist alles, oder? Die haben da sonst nichts gemacht. Ach, diese Blumen, die sie da hinterlassen haben, die haben da nicht irgendein Zeichen gegeben. Das ist einfach nur, die waren einfach da. Ja, sie haben, also im weitesten Sinne würde ich es als Auskundschaften bezeichnen. Location Scouting haben die gemacht. Ja. Okay. In der Tat. Okay. Aber auch da, das sind alles so die Plotpoints, die ein bisschen blöd sind, muss ich sagen. Denn da ist mir zu viel Zufall drin, denn wie es der Zufall will, ist dann ja auch Pater Gennaro anwesend. Ja gut, ist seine Kirche, der Arbeiter. Ja, natürlich, aber er fängt Nico natürlich ab. Auch dieser Zufall, dass es die Kirche aus Nikos Gemeinde ist, dass er da so ein Kind getauft wurde. Ja, sind schon viele Zufälle und dass er den Sägon eigentlich kennt, obwohl, nochmal, aber also, das sind so viele Zufälle, das ist eine sehr kleine Welt, wo das Ganze vielleicht spielt irgendwie so. Ja, so würde ich es auch entschuldigen. Vietnam ist nur ein Dorf entfernt. So wirkt es irgendwie. Wir lernen dann, dass der Vater Gennaro, der gleich mal auf Nico und Jax zugeht, quasi mal die ganze investigative Arbeit, sorry, hartes Wort, der unterbricht das quasi und sagt, hey, könnt ihr kurz mitkommen? Genau, er hat nämlich seine eigenen kleinen Problemchen und führt die beiden dann in den Keller. Da zeige ich denen ein aufgebrochenes Schloss von einer Tür und äußert da so seine Bedenken und ja, klopft dann an eine weitere Tür im Keller, die geöffnet wird und da befinden sich dann, ja, Flüchtlinge. Ja, die kommen aus Guatemala und Chile, meinte ich, El Salvador, Guatemala und Chile oder ja, und zwar aus El Salvador. Der kommt von da, aber die Schwester Mary scheint ja von den, ist das eine Amerikanerin, keine Ahnung. Da scheint eine Amerikanerin zu sein, die vielleicht so Missionars, Missionarin mäßig irgendwie unterwegs war. Also so habe ich das jedenfalls interpretiert. Es wird nicht genannt. Aber es wird ja irgendwann später gesagt, dass Pater Tomasino auch erst seit ein paar Wochen im Land sei, dass er mit den Flüchtlingen quasi angekommen ist. Auch diese Beziehung von Tomasino, dieser ganzen Drogengeschichte, kannst du es mir ein bisschen erklären? Naja, also da greifen wir jetzt ein bisschen vorweg, aber Pater Tomasino aus El Salvador hat das wohl immer am eigenen Leib auch erfahren, diese Unterdrückung durch die Drogenkartelle und den Drogenhandel, der, um da schon mal vorwegzugreifen, wieder über die CIA läuft. Die CIA hat da wieder ihre Finger im Drogenhandel drin, so wie damals in Vietnam. Und die Menschen in dem Land leiden darunter und flüchten deswegen vor den Kartellen und Tomasino kriegt das alles mit und der hat auch noch ein bisschen mehr erfahren. Wie und warum er das überhaupt erfahren hat, wird nie gesagt. Oder? Es ist einfach so. Er weiß einfach Dinge. Er weiß einfach Dinge, genau. Er weiß Dinge. So einfach kann man ein Drehbuch schreiben. Figur Y weiß Dinge. So einfach ist es. Es ist Sonntag und wir gehen in die Kirche mal wieder mit dem Steven Seagal und seiner Familie, mit dem Nico und seiner Familie. Er hat sich dem Pfarrer versprochen und ein richtiger Nico hält sein Versprechen. Und wir sehen dann auch, dass eine Frau sehr herrlich unverdächtig aussieht. Total, also komplett in schwarz eingekleidet, mit so einem Schleier, komplett verdeckt irgendwie. Eine Frau, die wir nie mehr sehen werden, meinte ich. Die schleicht da raus und hat eine Tasche da gelassen. Aber Nico Toscani wäre nicht Nico Toscani. Würde er nicht riechen, dass es gleich Spum macht? Er bemerkt, dass die Frau rausgeht. Pater Gennaro beendet die Messe und will durch den Mittelgang davonschreiten. Nico sieht die Tasche. Er ruft noch, dass man doch sich bitte in Sicherheit bringen soll. Bringt euch bitte in Sicherheit. Deckung! Bringt euch bitte in aller Ruhe Zweierreihen aufstellen und geht ganz langsam raus. Okay, faktisch kickt er einfach seine Frau zur Seite und hat sich draufgelegt und das Ding geht in die Luft. In der geschnittenen Fassung wirkt das Ganze nicht mal so krass, so wie ich es in Erinnerung habe. Im ungeschnittenen, der ungeschnittenen Version, ist das schon ein bisschen krass. Also das siehst du auch. Ja, die Explosion an sich ist relativ unscheinbar, sag ich mal. Da geht einfach nur eine große Rauchwolke hoch, sag ich mal, mit einem großen Knall. Genau, aber die Panik drumherum und das Grafische, da wird ja, das Nico trägt wohl ein verletztes oder todes Kind noch raus. Pater Gennaro, der lässt noch irgendwelche Geräusche von sich. Das ist schon krass gewesen da. Das Blut überströmt am Boden und alle rennen aus der Kirche raus, Zeitlupenszenen. Ja, das ist schon große Dramatik. Große Dramatik, heftig gemachte Szene, finde ich. Also auch je älter ich werde, desto heftiger finde ich so Zeugs. Also das Jugendliche, ja, Explosion, nur ein Tod, da ist ja nichts. Heute sage ich ja, oh, es ist mal ein guter gestorben. Der Gennaro war ein sympathischer Pfarrer, sehr sympathische Figur. Auch hier Nebenfiguren in diesem Film werden sympathisch aufgebaut, ausser sie gar als Frau. Aber alle anderen sind wirklich sympathische, liebenswerte Menschen, von denen man gerne mehr sehen wollen würde. Ja, das kann ich nur so unterstreichen. Und Segall ist angepisst. Der ist angepisst, denn wir sind jetzt im Spital und Pater Gennaro ist gestorben. Kannst du mir sagen, warum da jetzt ausgerechnet die FBI-Agenten wieder im Krankenhaus auftauchen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Bombe hochgeht, dass da vielleicht... Dass sie dann ins Krankenhaus gehen, um sich mal umzuhören? Ja, weil die wussten vielleicht, dass da... Also ich kann mir das so irgendwie retconnen, Bombe geht hoch, dann kommt nicht die Polizei, dann kommt das FBI. Das kann ich mir, für mich macht das so irgendwie Sinn. Und die wollen da vielleicht gleich Zeugen befragen, was auch die Polizei machen könnte. Vielleicht denkt ja das FBI, die Polizei ist korrupt, deswegen machen wir es selbst. Hey, keine Ahnung. Es hat auch wieder nicht so richtig viel Sinn gemacht. Auch hier, kleine Welt. Jeder trifft sich immer wieder an jeder Ecke. Das heißt, Agent Neely und Halloran tauchen auf. Und Segall nimmt sich Neely mal direkt vor, kriegt aber direkt eine Backpfeife verpasst, ne? Eine verbale. Verbale, ja. Also er wird da von Neely ganz schön angegangen und ganz schön klein gemacht. Ähm, ja. Und der Neely sagt dem Nico sogar was, was absolut korrekt ist. Sie spielen hier den grossen Schnüffler, aber alles, was daraus resultiert, sind Zufälle. Und nochmals, hat die Figur den Film durchschaut? Das macht ja total Sinn. Das stimmt, das sind wirklich Zufälle. Es sind wirklich Zufälle. Es sind nicht so... Vielleicht haben sie es ganz bewusst ins Drehbuch geschrieben, diesen Satz, oder, ne? Ich komme immer darauf zurück. Es war ihnen selber klar, dass das alles ein bisschen weit hergeholt ist. Immer wieder Lethal Weapon, das sagen sogar Martin Riggs und Myrtle, sagen sogar, das ist dünn. Die Geschichte ist sehr, sehr dünn. Und das wissen die Filme oft auch, das wissen wir doch auch, dass diese Hollywood-Action-Streifen, da ist eine dünne Geschichte. Aber es gibt mir genug, um zu glauben, dass da was Großes dahinter steckt. Irgendwas Böses, Großes dahinter. Ich denke da, wenn wir schauen nicht aktiv jetzt bei diesem Film groß drüber nach, wie viel Sinn es macht, nur wenn wir jetzt darüber sprechen. Große Verschwörungen wurden meist durch den Zufall aufgedeckt. Aber wir wissen... Ansonsten würde man sie ja sehr viel schneller durchschauen, wenn nicht durch den Zufall. Ja, natürlich, natürlich. Und natürlich, was du jetzt gemacht hast, wenn Steve, es ist egal, wenn die Frau stirbt, dann ist es immer richtig sauer, ist es nicht passiert. Wenn aber der Vater Gennaro stirbt, dann ist es egal, wenn man richtig angeregt ist. Und die Mutter verletzt wurde. Und die Mutter, wenn Mama verletzt ist, dann würde ich aber auch jetzt sauer werden. Und dann geht es aber los. Nico ermittelt weiter, läuft da spontan mal in dieses Restaurant, wo Lucias Freund nochmals auftaucht und so... Ja, findet aber Salvano nicht. Das ist ja offensichtlich Salvanos Restaurant, ne? Ja, also Nico macht jetzt einfach Druck, oder? Ja, genau. Er läuft einfach rum und macht Druck und das merkt dann auch irgendwann Salvano und das FBI. Ja, die wissen das alle. Jacks taucht unterdessen mal beim Gerichtsmeditiner auf und lässt einen der Leichen untersuchen. Und zwar findet sie heraus, dass der eine Tote, das war einer vom Stab eines Senators. Ja, Senator Harrison. Senator Harrison. Senator Harrison, der noch eine wichtige Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon gesagt wurde, was Senator Harrison überhaupt im Schilde führt. Aber wir können es ja vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Da musst du mir noch was helfen. Was macht er schon wieder konkret? Senator Harrison ist doch derjenige, der in dem Film für eine groß angelegte Aufklärung von verdeckten CIA-Operationen ist. Ach, stimmt, genau. Ja, ja, stimmt. Er ist doch derjenige, der so, da wird, glaube ich, auch das erste Mal erwähnt, dass der CIA offensichtlich in Drogenhandel involviert ist. Und er will das doch aufklären und ist da im Senat ganz doll hinterher, dass doch der CIA da mal die Akten offenlegen soll. Ja, stimmt. Und genau deswegen, also wir wissen jetzt eigentlich, es geht eigentlich um einen Mordkomplott an einem Politiker. Das ist wohl, das steckt dahinter. Genau, danke fürs Aufrichten, ich war, da ist so viel. Ja, ja, das ist auch, das ist auch nicht so einfach zu durchschauen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das muss man schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man den das erste Mal sieht. Es ist so viel, was passiert, es macht irgendwie, die Cousine verschwindet, Bombe, Senator, Drogen. Das ist eigentlich eher so eine Netflix-Serie, wo all das passiert irgendwie. Du könntest eigentlich eine Serie draus machen, ja. Und dann immer so von Fall zu Fall und dann im Hintergrund den roten Faden. Du hast dann diese Szene, diese Montagen mit Nico und Jacks am Ermitteln. Da siehst du unter anderem so eine Zehn-Sekunden-Szene, wie Nico wohl gerade irgendwelche Typen in der Garage über die aufgemischt hatte. Und die ihm noch irgendwie so Zeichen machen. Weißt du das noch? Da gab es wohl so viel mehr, was wir hätten sehen können. So viel mehr. Ja, aber hat er da welche aufgemischt? Ich weiß nur, dass er... Ja, die machen so, die winken so rum. Das kann schon sein. Das sind Zehn-Sekunden-Szene. Und diese Montage unterlegt von Saxophon-Musik irgendwie. Eben sagt er aber noch, er soll seine Mutti grüßen. Stimmt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Aber das ist doch schon... Hat er da schon seine Marke abgegeben? Kommt noch, oder? Eigentlich? Oder kommt das erst noch? Ich glaube, das kommt. Ich bin nicht mehr sicher, kommt, glaube ich. Na, kommt noch, kommt noch. Kommt noch, ne? Wir sehen jetzt sogar was ganz spezielles. Steven Seagal im schwarzen Untershirt. Ach ja, jetzt kommt die Szene mit dem Cabrio. Es scheint auch ein bisschen warm zu sein in Chicago. Ja, man sieht es auch. Den läuft alle in der Schweiß runter. Ja, Nico ist am Schwitzen. Er hat sich seiner Kleidung entledigt. Das macht sie gar zu Glück später nicht mehr. Und wir sind dann zu einer Gasse und vier Typen in dem Cabrio kommen angefahren. und, äh, ja, sagen wir... Es ist jetzt nicht so, als würde er in einem schwarzen Unterhemd eine schlechte Figur machen, ne? Nein, 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 in diesem Film noch nicht. In diesem Film noch nicht, das ist richtig, ja. Ja, genau. Wir sehen, 15 Jahre später wird er, oder schon weniger Jahre später, sprechen wir andere Bände. Er hat dann zumindest genug Freiheiten für seine Bewegung, wenn dann hier diese vier Typen im Cabrio angefahren kommen. Ja, total, total. Eben, die kommen, die wollen ihn umbringen, die wollen ihn, wir schlagen dich dort. Das ist so geil übersetzt auch, es lag nicht dort. Und, äh, wir dürfen mal wieder wissen, Steven Seagal, äh, Kampfkunst, äh, genießen. Es ist einfach... Ja, war ja jetzt auch eine lange Durststrecke im Film, ne? So ist ja, die letzte Action-Szene liegt ja jetzt schon ein paar Minütchen zurück. Da kamen die wie gerufen jetzt. Aber Seagal-Filme sind ja eigentlich auch so, all 10, 15 Minuten kommt eine Kampfszene, oder? Das ist für mich... Es ist schon mehr Zeit her. Es ist schon ein bisschen länger her, aber es ist, aber es wurde auch noch... Es ist nicht langweilig geworden so bis jetzt. Aber es ist einfach gut jetzt... Nein, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Nee, aber jetzt kommt mal... Jetzt war wieder Zeit dafür, dass mal wieder ein paar Kauleisten poliert werden. Ja, also man kann sagen, das ist eigentlich kein Action, wir müssen ein Action-Krimi eigentlich. Denn der Krimi-Anteil, investigative Arbeit, Action, ist so, das ist die perfekte Waage irgendwie. Das geht super. Die Action-Szene selbst fand ich toll. Einfach toll. Die ist mega. Wie schnell der die einfach ausschaltet. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, oder ein schönes Beispiel dafür, wo der Unterschied zwischen dem damaligen Seagal-Film und dem bis dato üblichen Action-Film ist. Da wird halt nicht auf möglichst coole Interaktionen Wert gelegt, oder nicht auf möglichst cremige Unterhaltung, was jetzt den Action-Anteil angeht. Nee, da geht zack, zack, zack. Ja, und fertig. Da geht es einfach zack, zack, genau. Möglichst brutal und... Ja, und kompromisslos auch. Ich meine, der Typ kommt im Schwert... Ich lege mal einfach mal direkt die Hand ab. Ja, ja, was willst du machen? Ja, sorry. Ey, ganz ehrlich, die haben, die wollten ihn umbringen. Ja, also, da kann er froh sein, wenn die Hand weg ist. Sorry, so ist es halt einfach. Es ist halt richtig unverblüht. Das war richtig ungewohnt damals, diese Art von Choreografie zu sehen. Ich muss sagen, ich habe die Szene in der geschnittenen... Und das muss ich wirklich sagen, in der geschnittenen Fassung... Ich glaube, da fliegt auch die Hand weg. Aber die Szene wirkte runder in der geschnittenen Fassung. In der Uncut wirkte es ein bisschen zerhackter irgendwie. Ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Ich müsste mal eine Comparison machen, aber die Szene war immer noch supergeil, aber ich fand die schon geiler früher. Ja, weiß nicht, warum. Okay. Also, weiß nicht, was es ist. Ja, es ist nicht die allerbeste Action-Szene, die in den Sehgalschen Frühwerken zu sehen ist. Das nicht. Aber es ist, glaube ich, die erste Szene, wo er mal gegen mehr als zwei Leute gleichzeitig kämpft. Weil auch in der Bar davor, das war ja die andere Schlägerei eigentlich, die wir hatten, die andere große Schlägerei, da kämpft er ja eigentlich nur one-on-one. Da kommt er ja hintereinander. Und jetzt kommen aber mal vier Leute gleichzeitig, beziehungsweise einschaltet er ja sofort aus, also drei Leute gleichzeitig. Und das steigert sich ja. In der nächsten Szene kommen ja vier Leute gleichzeitig. Da kommen wir ja gleich auch noch hin. Und das ist aber jetzt das erste Mal, dass man sieht, wie schnell er mehrere Gegner gleichzeitig ausschalten kann. Es ist wirklich, du denkst, wenn du das schaust, und früher denkst du immer an diese Bruce Lee-Filme, auch die Chuck Norris-Filme, wo immer eins gegen eins gekämpft wird. Es ist ein bisschen videospielmässig. Ja, schön gepostet und alles. Aber ist egal, post eigentlich nicht. Der macht ja einfach platt. Und das ist das, was mir halt an ihm so gut gefiel. Und warum ich Van Damme-Filme immer tiefer stelle. Und das ist auch immer noch so. Ich kenne keinen Van Damme-Film, den ich lieber schauen würde, als ein Segal in seiner Primetime. Kein. Niemals. Also ich muss da beipflichten, es ist auf jeden Fall einer der Punkte gewesen, die mich am meisten damals mich für Segal haben begeistern lassen. Diese unverblümte und ungekünstelte Action. diese raue, brutale Art einfach. Weil das war so ungewohnt im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Sachen. Und ja, die waren eigentlich damals der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich da so für begeistern konnte. Oder kann. Immer noch. Ich bin ja immer noch davon begeistert. Das hat ja nichts an seiner Faszination verloren. Bis heute. Trotz allem, was Sie geil geboten hat. Egal, wie oft ich Nico jetzt schon gesehen habe. Ja, auch das. Selbst wenn man sich die gesamte Filmvita anguckt, es bleiben halt trotzdem diese frühen Glanzstücke. Und es ist egal, Above the Lore, Nico, habe ich jetzt heute bestimmt zum, ach ich weiß nicht, zehnten Mal geguckt, mindestens. Ich bin fast sicher, du hast den massiv mehr als zehn Mal geguckt. Ich bin fast, ganz ehrlich, bei mir, ich habe es auch überlegt, ich muss den 40 Mal gesehen haben, mindestens. Und das ist keine Übertreibung. Wir hatten früher diese Videokassetten, wir hatten eine bestimmte Größe an einer Filmsammlung, wir haben was im Fernsehen aufgenommen, aber wir hatten diese Medien damals immer und immer wieder konsumiert. Vielleicht nicht immer gleich den ganzen Film, vielleicht nur gewisse Szene, aber wir haben doch immer wieder diese Filme geschaut, oder? Ja, gut, bei Segal bin ich relativ spät eingestiegen, aber ich weiß genau, was du meinst. Das hatte ich halt mit anderen Filmen, aber ja, ich weiß exakt, was du meinst. Ach Gott. Jetzt kommt eine wunderbare Szene, der Segal rennt. Nico rennt. Der Typ mit der grossen Fresse, der macht sich von Dump und Steven Siegal, rennt ihm hinterher. Eine Szene, die oft... Es ist quasi der erste und der letzte Film, in dem er rennt. Nein, es kommt... Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja, nein, du hast schon recht, ja. Er ist danach noch öfter gerannt, aber nie so präsent wie jetzt. In den nächsten beiden rennt er auch. In Amstufe Rho 2 rennt er auch. Ich habe auch gelächelt. Dann dauert es, bis er wieder rennt. Und in Driven to Kill ist er nochmals gerannt. Und ich habe es nicht glauben können, dass er das gemacht hat. Ich so, echt? Echt? Hat er noch einmal im hohen Alter von 53 oder so nochmals? Okay. Hat er seine Masse nochmal in Bewegung gesetzt? Seine richtige Masse. Nee, ist egal, er rennt dem Typen nach. Es ist eigentlich eine geile Szene, denn auch hier, der hat sich wirklich angestrengt in dem Film. Es gibt einen Grund, warum wir das so sagen. Du siehst es auch, als er ihn dann endlich stellt, er ist außer Atem, er schwitzt und er rennt auch wirklich, wirklich schnell. Es fällt nicht sofort auf, aber wenn man mal darauf achtet, dann sind da einfach zwei Typen, die wirklich verdammt schnell durch engen Gassen rennen. Ja, und Segal wird immer getisst wegen dieser Rennszene, weil er angeblich rennt wie ein Mädchen. Das ist einfach das Problem, dass wenn du saugross bist und du hast riesige lange Arme, dann rennst du rum wie ein Affe. Es ist einfach so. Kann ich ein Lied davon singen? Ich bin mit 1,70 auch verdammt groß. Ich habe die gleichen Probleme. Ich habe auch einen komischen Rennstil angeblich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir hatten aber in Basel einen Fussballer gehabt, Marco Streller, unser Stürmer vom FC Basel. Der war auch 1,95 groß und dem hat man nachgesagt, dass der auch so eine Bohnenstange ist, der technisch nicht so gut ist. Aber er hat dann bewiesen, in einer Szene hat er fünf Gegenspiele aussteigen lassen. Oh, 1,95 groß und das ist ja massiv. Konnte ein bisschen größere Schritte machen, wa? Ja, natürlich, natürlich. Und bei Segal, er ruht mit den Armen ein wenig, aber ich fand das voll okay. Man sucht einfach was, um ihn zu dissen. Ich habe mir das immer so erklärt. Wenn er schon so viele Jahre Kampfsport trainiert hat und das muss ja dann zu dem Zeitpunkt mit 37, also er muss ja irgendwie zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre lang oder noch länger, keine Ahnung, muss er ja schon Kampfsport trainiert haben. Unabhängig davon, dass er halt so ein Schlagsi auch ist in dem Film noch. Aber dann bist du halt ein bisschen geschmeidiger in den Handgelenken, ne? Ja, natürlich, natürlich. Da bist du permanent abwehrend. Du wehrst ab mit allem, was du machst. Und wenn es nur die Luft ist, die einem entgegenkommt. Ja, absolut. Er stellt dann dieses weglaufende Wiesel, ich weiß gar nicht mehr, ob der einen Namen hatte. Und was wir hören, er sagt nur noch den Namen Ortista Salvano, hören wir wieder. Ortista Salvano, pum. Und er weiß, und er weiß, okay, dem hat er diesen kleinen Besuch zu verdanken. Und dann kommt eine richtig geile Szene. Du meinst der große, massive Fettsack, der da um die Gegend kommt. Der Bulldog. Der Bulldog. Ey Mann, du hast meinen Freund angefickt, keine Ahnung, was er ihm sagt. Und Nico ist einfach richtig eingepisst und sagt das auch so. Ey Junge, ich habe da gerade keinen Bock drauf. Komm, hau einfach ab. Und ja, dieser Typ, der da angespaziert kommt, lässt noch irgendeinen blöden Spruch ab und will es egal, klatschen. Und er gibt ihm einfach nur einen Faustschlag mit und Bulldog geht zu Boden. Ein Faustschlag in die Magengruppe. Ich weiß noch, mein bester Freund, der hat diese Szene richtig abgefeiert, weil ja, so stellt man sich das vor. Der typische Bulli kommt um die Ecke und ein Schlag und der ist mal platt, fertig. Ist halt auch untypisch für einen Actionfilm. Ja. Normalerweise wird halt ins Gesicht geschlagen. Ja. Aber eine richtige Faust in den Magen, das willst du nicht haben, das ist krass. Richtig. Ja. Richtig. Man sieht das ja auch, man sieht ja auch, wie so richtig dieses, das Shirt von diesem Bulldog-Typ, ne, wie das so eingedüllt wird in den Zigall, den trifft. Da habe ich mich gefragt, wie, wie fest weh hat es im Darsteller jetzt gemacht? Also, ich befürchte, es hat ein wenig, ich glaube, der hat richtig scheiß Schmerzen gehabt. Er fährt hat noch ein, der war ja schon massiv, vielleicht da war ja was und die schon noch so ein Schutz drunter irgendwie, aber ich glaube, Sigal hat da voll durchgezogen. Boah, also, nochmal ist das machen. Sieht schon sehr, sehr wuchtig aus. 20 Jahre später macht er das nicht mehr, aber das ist egal. Wir gehen ins Bett zu Nico und seiner Frau. Oh ja, stimmt, wir sind jetzt nachts, ne, ach ja, dann kommen wir jetzt so langsam zur Markenabgabe. Genau. Quasi das Vorgeplänkel. Genau, so, Sigal wird von Fox kontaktiert, dass er aufpassen muss, was er macht, dass er sich wieder melden wird, aber einfach, du bist auf dem Radar. Nico, pass bitte auf. Frau dreht schon komplett durch. Verstehe ich sogar, wenn zwei Uhr nachts jemand anruft und irgendwie was von Mord und Totschlag erzählt, dann würde ich auch leicht die Krise bekommen, muss ich sagen. Wäre mir auch etwas unangenehm als Partner dann, ja. Sigal konnte trotzdem weiterschlafen und die Polizei hat ihn dann auch anständig geweckt. Keine Ahnung, vier Uhr morgens vielleicht, ich weiß auch nicht. War auch den Polizisten, der die Tür, der ganz vorne vorsteht, ist auch höchst unangenehm. Ja, O'Hara, O'Hara hieß er glaube ich, O'Hara oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob der Namen nicht genannt wird. Doch, O'Hara, was soll man das? Ja, hey, sorry, tut mir wirklich leid, Nico, wir müssen. Genau, fand ich ganz interessant dargestellt, auch wieder so ein nettes, kleines Detail eigentlich. Atmosphäre. In diesem Film gibt es einfach sehr viel Atmosphäre, die generiert wird durch die kleinen Figuren auch. Ob es jetzt Arschlöcher sind oder nicht, aber jede Figur löst irgendwie was aus, außer Sigals Frau. Jede Figur löst irgendetwas aus, das finde ich einfach cool. Die einfach nur so ein bisschen rumschreien darf in der Szene. Aber fand ich ganz nett, dass eben der Polizist, offensichtlich jemand, der Nico auch kennt und vielleicht auch mit ihm zusammengearbeitet hat schon, dass er sich da immer entschuldigt und immer so macht, ey, komm, das wird sich schon alles klären, bleib mal bitte alle ruhig. Und du hast dann die FBI-Agenten, die dann da so ein bisschen ruppiger unterwegs sind. Einfach so ein nettes, kleines Detail, wo man dann sieht, okay, ja, da steckt halt ein bisschen mehr dahinter an Überlegungen, die man sich da gemacht hat. Ja, und was mir auch gefallen hat, dass Nico aufwacht und seine Haare sind perfekt. Ja. Das ist einfach, wie bei mir, ist genau gleich. Das ist immer perfekt. Genau gleich. Nur am Ende sind sie einmal ganz kurz. Ja, ja, ganz kurz. Einmal etwas zets aus da. So, Nico wird ins Polizeirevier gebracht. So, da musst du mir eine Frage mal beantworten. Der Barkeeper. Danke. Was hat das Rattengesicht da zu suchen? Der wird ja... Der wird eingeführt in der ersten Kneipenschlägerei. Richtig. So, aber diese Kneipenschlägerei liegt doch schon Tage zurück. Ja. Und der hat wohl eine Aussage gegen ihn gemacht. Vielleicht ist es... Wir könnten jetzt... Wir könnten es uns so zusammenreiben, dass... Aber es ist doch... Wirklich... Es ist vier Uhr morgens oder so. Ja. 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 Und da sitzt er halt Tage später auf dem Polizeipräsidium, während Nico da vorbeigebracht wird und beschwert sich über den. Jetzt ist es aber so, dass wenn man... Wenn ich es richtig gelesen habe, ich gehe jetzt kurz noch auf die IMDb-Seite nochmals, wurde dieser Darsteller aufgeführt als... CIA-Bartender. CIA-Bartender. Richtig. Er hat keinen Namen. Wir fassen zusammen. Er ist einfach nur der CIA-Barkeeper. Er ist der CIA-Barkeeper. Und wenn wir uns das mal geben, ist es ultra billig. Das ist einfach... Die haben sich mit der Figur nichts überlegt. Ich finde den Darsteller, finde ich, richtig hassenswert. So eine Ratte, so eine Rattenface. Der hat auch bei Q-Sater Schweigsamt mitgemacht damals. Ich kann mich nicht mehr an die Rolle erinnern. Muss auch irgendwie so eine kleine Nebenrolle gewesen sein. Ich habe das halt auch nur registriert, dass der wohl auch da bei Q-Sack schon dabei gewesen sein muss. Aber ey. Keine Ahnung. Und was der da genau gemacht hat und wie der konkret mit Saigon zusammenhängt, das ist schon alles nicht wirklich klar ersichtlich für den Zuschauer. It makes no sense. Es macht 0,0 Sinn. Er ist einfach da und macht seine Aussage. Wir dürfen nicht drüber nachdenken. Wir dürfen nicht drüber nachdenken. Wir dürfen nicht drüber nachdenken. Man darf einfach genießen, dass er halt so ein Creep ist. Genau. Wir erfahren auch jetzt eben H. Neely und andere FBI-Arschlöcher nehmen Seagal ins Kreuzfeuer und er bekommt die Suspendierung. Ja, muss eine Marke abgeben. Eine seltene, ja mit der Marke, Szene in Seagals Karriere, weil er glaube ich auch danach selten nochmal einen Cop gespielt hat. Und Glimmerman gibt er sie auch ab. Ja? Bei Exit Wounds auch, ne? Exit Wounds weiß ich nicht mehr, bei Glimmerman gibt es sie auf jeden Fall ab und schmeisst sie ins Pissback und das weiß ich noch. Ach nee, bei Exit Wounds wird er ja einfach nur zum Straßendienst, zum Streifendienst degradiert, ne? Ja. Aber darüber hinaus ist er halt selten einfach nur ein stinknormaler Cop in seinen Filmen. Ja, eigentlich schade. Ich mag ihn eigentlich diese ganze Atmosphäre auch mit Frau und Kind und Kollegen, das finde ich immer noch... Es ist halt was Bodenständiges, was hinterher zu dem Menschen-Sigal nicht mehr gepasst hat. Leider, leider. Obwohl in den nächsten Filmen spielt er ja vielleicht noch im Kopf. Wer weiß. Wir haben ja keine Ahnung, was kommt mit uns. Ja, stimmt, genau. Wir sind ja völlig jungfräulich, was Seagal-Filme angeht. Wir haben jetzt gerade erst den ersten in unserem ganzen Leben gesehen. Wir haben keine Ahnung, was da noch kommt. Aber allein, was uns Nico schon alles bietet und man bedenkt, dass der 50 Filme produziert hat mittlerweile in seinem Leben, da kann das ja eigentlich alles noch richtig geil werden. Sind es 50? Oder ich glaube schon. Wow, das wird uns doch eine Weile beschäftigen. Ich weiß nicht, 30 oder so. Wuhu, haben wir ein langes Projekt angerissen. Das finde ich mal was. Und ich schwöre, wer mich kennt, wer mich wirklich kennt, der weiß, ich bringe diese, wir beenden das auch. Jan, wir beenden das auch. Das ist keine Frage. Wir ziehen das durch bis zum Schluss. Wir, ja. Von meiner Seite, ich werde nicht aufhören. Ich ziehe es durch. Ein Film nach dem anderen. Ein Film nach dem anderen. Wir gehen dann, haben wir so eine tolle Szene, die eigentlich kommt. Es ist ein Park. Wir sehen Nico, wir sehen Jax und auch Lukic im Austausch. Genau. Diese Park-Szene. Gab es Jax noch am Telefon oder irgend so was? Ja, das ist auch insofern eine Schlüsselszene, weil Jackson ja dann quasi mitteilt, dass der Mitarbeiter von Senator Halston bei dem Bombenattentat hops geht. Und da dann ja quasi das fehlende Puzzleteil geliefert wird, dass es irgendwie was mit den Flüchtlingen aus El Salvador, Vater Tomasi, Senator Harrison, der CIA, dem C4 und so weiter, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Genau, richtig. Genau, und ich mag auch diesen Lukic so extrem. Dem sieht man weniger als von Jax, aber der hat dieser loyale Typ, bei dem du arbeitest und du weißt einfach, wenn du mal einen schlechten Tag hast, der hilft dir, einen Bericht fertig zu schreiben, der bringt dir mal einen Lulli. Sorry? Das ist auch kein Lulli. Nein, nein. Das ist schon ein harter Hund. Das ist ein harter Hund und das ist auch der Gemütliche, der gerne mal ein Stück Rind isst, ein Schweinsteak, der bringt dir mal einen Donut mit. Das ist einfach dein loyaler Buddy, den du da hast. Und das finde ich auch cool, als Nico ihm sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich, pass auf meine Familie auf. Das fand ich schon mal gut und Lukic, gib doch gleich mal, Nico, die haben dir die Waffe abgenommen. Ja, hier hast du meine. Und Jax gleich, oh Gott. Na, toll. Ja, wir gehen in die Kirche und Nico will mit Schwester Mary sprechen und wir erfahren auch, dass da der Eigentlich mit Tomasi, ne? Tomasi, Tomasino, der ist aber abgehauen. Tomasino, genau, da erfahren wir nämlich Tomasi, Tomasi. Tomasi, Tomasino, genau so. Und wir erfahren, dass er abgehauen ist aus Angst und aber die Schwester auch nicht weiß, wo er ist. Aber die wollten, wie wir erfahren, diese Bombe war eigentlich dazu gedacht, Vater Tomasino zu töten. Ja, beziehungsweise ihn und den Mitarbeiter des Senats aus. Und hier ist eben noch eine Verständnisfrage, das ist ein Flüchtling, der sich im Keller versteckt. Schon, oder? Der ist aber nicht so versteckt, wenn er einen Gottesdienst leitet, oder? Macht das Sinn? Oder verstehe ich einfach etwas nicht? Vielleicht kam er als Flüchtling oder vielleicht kam er zusammen mit den anderen Menschen aus El Salvador, aber nicht zwingend als Flüchtling, sondern hat er ihn als als kirchlicher, als Kirchenmitglied einfach begleitet. und hat dann vielleicht Connections gehabt hier zu Pater Gennaro und konnte darüber dann seine Schäfchen quasi in der Kirche unterbringen. Er ist also quasi offiziell, zwar in den USA und kann deswegen sich auch in der Öffentlichkeit zeigen, hat aber gleichzeitig halt auch diese Information über einen gepaarten Anschlag auf den Senator. Ja, ja, ja. Irgendwie so muss das ja sein. Ja, Vermutungen, 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 ja. Segal ist im Auto unterwegs und kommt an eine Kreuzung. Das sind doch Kinder, die winken noch, hi Nico, hi! Es ist richtig viel los, ja, in der Kreuzung ist richtig viel los. Er steht da und wartet und lässt die Kinder über den Zebrastreifen. Ja, der Schulbus fährt weiter, da ist irgendwie noch so ein Van, der da noch gerade auf der anderen Seite parkt. Leute gucken oben aus den Fenstern, genießen die Sonne. Einer der Leute, einer dieser Leute, der aus dem Fenster schaut und das habe ich, ich habe, ich habe das Gesicht immer vor mir gehabt, aber ich habe die Verbindung nie geknüpft. Hast du Sons of Anarchy gesehen? Nein, leider nicht. Keine einzige Folge. Kennst du einen Darsteller, ach scheiße, wie heißt er? Kennst du einen Darsteller Mark Boone Junior? Mark Boone Junior. Das ist ein fester, runder Typ Bart. Der schaut aus dem Fenster. Der schaut da aus dem Fenster. Guck mal, vielleicht kenne ich ja einen Namen. Ach, äh, ein Gesicht. Ach so, natürlich. Der schaut aus dem Fenster irgendwo. Der schaut da aus dem Fenster. Ich bin fast durchgedreht. Was? Was? Der schaut aus dem Fenster. Das kennt man natürlich. Der schaut aus dem Fenster. Hat eine, eine mini, mini Kameo, der schaut aus dem Fenster. Ich glaube, der raucht eine Zigarette oder so. Ich, ich müsste jetzt im Film nochmals schauen. Der schaut da aus dem Fenster. Ich glaube es dir. Das ist so geil. Ich finde das großartig. Ja, Man in Window. Uncredited. Tatsächlich. Großartig. Der Hammer. Okay. Großartig. Jedenfalls. Ja, klar, das Gesicht kennen wir. Sicher. Diese Typen, die durchlöschern gleich mal Nikos Wagen. Niko konnte sich aber aus dem Wagen rausstehlen und zum Glück hat er Lukic's Waffe dabei. Er stellt einfach alleine fünf Typen, die mit Maschinengewehren dastehen. Das ist grosses Kino, mein Freund. Das ist aber auch ganz ehrlich, ne? Was für Flachpfeifen hat er denn da hingeschickt, um Niko zu erledigen? Was war denn das denn? Ich hätte ihn platt gemacht. Ey. Lehren die alle ihr Magazin ins Auto, kriegen nicht mit, dass er zur anderen Seite rausgeht und haben alle ihre Knarren leer geschossen und er erwischt die quasi mit runtergelassenen Hosen. Ja. Was sind das für Flachpfeifen? Und das Geile war ja, er sagt, hey, alle Waffen runter, ja, Waffen runter und der eine will ja den Max markieren, dieser Feste da und wird einfach umgehauen, wird einfach abgeknallt. Er knallt ihn einfach ab. Auch wieder so ein Beispiel. Richtig krass. Es ist das nächste Beispiel dafür, was die Action in einem Seagal-Film von anderen Actionfilmen oftmals unterscheidet. Es ist auch brachial Gewalt und auch aber, aber ich muss auch sagen, der Typ hat es verdient, die wollten nur bringen. Wenn du auf jemanden schießt, dann ganz ehrlich, kam das Ding auch zurückkommen? Ist es passiert? Natürlich. Aber ich weiß noch, wie sehr ich diese Szene gefeiert habe, weil das so aus dem Nichts kam damals und das erste Mal, als ich das gesehen habe, da saß ich schon so vor dem Fernseher und habe gedacht, nee, hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Er nimmt dann die vier überlebenden Typen und führt sie in einen Laden rein mit diesem Inder da. Das war ein bisschen fremdschämerisch. Das war so ein bisschen Apu-mässig irgendwie. Koschan, koschan, makchan, koschan. Aus heutiger Sicht nicht so gut. Schwierig, Alter. Andererseits, heute muss man ja schon generell die Klappe halten, wenn man weiß ist, weil man darf ja nichts sagen, denn sonst, sobald du weiß und hetero, dann ist es schon mal fertig. Weißt du, was ich meine? Du trittst immer jemandem auf den Schlips und ich würde sogar sagen, Natürlich. Du kannst dich gar nicht so bewegen, dass du nicht irgendwo in irgendein Fettnäpfchen reintest. Permanent. Keine Frage. Permanent. Und wir gehen in diesen Laden rein, egal ob wir telefonieren, wir die Polizei holen und ja, es entbrennt ein wunderbarer Fight. Ein richtig toller Fight, wo einfach Nico alles auspackt. Seine, also alle Aikido-Künste wirft der Typen über Tresen, über Tische, über Bänke, es ist einfach toll. Er nimmt den gesamten Laden auseinander, während er diese vier Typen nacheinander in alles reinschmeißt, was nicht Nied und Nagel fest ist. Es ist großartig. Und inklusive der Fensterscheibe, denn im letzten Shot fliegt er ja mit dem letzten Gegner durch die Fensterscheibe nach draußen. Es ist großartig. Ich liebe diese Szene. Und das ist so krasses Foreshadowing auf das, was wir noch sehen werden. Habe ich gehört. Wurde mir erzählt. Wir haben ja keine Ahnung. Es ist großartig. Nico Hau-Dapolizei kommt und der Polizist, der da kommt, denkt er so, what the fuck ist denn Dapolizei? Der Polizist, der da kommt. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein echter Polizist war, weil in einer Szene, kurz bevor er in den Laden quasi reingeht oder sich zu dem kaputten Schaufenster umdreht, guckt er ganz offensichtlich in die Kamera. So als hätte er noch Regieanweisungen gekriegt. Also ich stelle mir dann so einen Andrew Davis hinter der Kamera vor, der die ganze Zeit schreit, du sollst in den Laden gucken, du sollst in den Laden gucken. Aber wir lassen es jetzt drin, wir lassen es jetzt drin, ist okay, das merkt niemand. Genau. So, ach Gott, ey, nee. Scheiße, heute Abend müssen wir die Straße hier wieder aufmachen. Okay, Szene ist im Kasten. Wir sehen auch, dass die nächste Szene ist, dass die Familie geht zu Onkel Branka in Sicherheit. Genau. Denn wer kann die Familie in die Tasche mit den Waffen aus. Ja, und wer kann die Familie besser beschützen als die Familie? Korrekt. La Familia. Nicht, dass es irgendwie von Belang wäre, dass die in einer Mafia sind. Es ist eigentlich nicht wichtig, aber dieser Onkel Branka hat auch eine Ausstrahlung. Der hat schon dieses Mafia, Mafieske, mit diesem geilen Schnauzer. Das ist schon so der, dass der Onkel, wenn der Onkel was sagt, dann macht man es besser. Sonst ist es nicht so gut. Ja, so ein Typ ist das. So ein richtig verknöcherter, harter Kerl. Also mein Kopfkino, der Film ist massiv größer dahinter. Da ist noch viel mehr. In meinem Kopf geht noch viel mehr. Das würde zumindest mit dieser ganzen Mafia-Anspielung, könnte man das machen. Also man könnte da tatsächlich ein komplettes Serienuniversum drauf aufbauen. Das ginge tatsächlich. Absolut. Und witzig war auch noch gewesen. So mit Case of the Week und dann Nico, der immer ein bisschen ermittelt und dann vielleicht mit irgendwelchen, ja, Schwierigkeiten zu tun hat bezüglich seiner Mafia-Familie und seinem Beruf als Cop und so. Also ja, das würde schon funktionieren. Lass uns eine Netflix-Serie entwerfen. Ich weiß nicht. Also in den 90ern hätte die wunderbar funktioniert. Heute müsstest du ein bisschen mehr draus machen. Aber in den 90ern wäre die wunderbar. Oder Anfang 2000. Also CSI-Zeiten. Ja, stimmt. Aber dann wäre es auch so sanft gewesen. So FSK-12. Ja, sowieso. Ja, dann vergisst du es. Dann würde ich es nicht sehen. Wir gehen in Keller. In Nicos Keller gehen wir. Und wie du gesagt hast, die alte Sporthasche wird aus dem Geheimversteck gezogen. Und da ist schon die geladene, der geladene Colt M 1911. Das ist auch Steven Seagal als Lieblingswaffe. Das wissen wir. Du siehst ihn ja auch in dem Film die meiste Zeit nur mit irgendeinem 1911er-Colt-Modell. Wir sind ja immer unterschiedlicher. Genau. Er hat von Lukic einen anderen bekommen. Ich glaube, es war eine Sig Sauer, glaube ich, die er bekommen hat. Ja, habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent. Ich bin nicht der ganz große Waffenexperte, aber ein paar Modelle kenne ich. Und ich glaube, das war eine Sig Sauer P226, wenn sie es schon gab. Keine Ahnung. Bin nicht der ganz große Experte. Aber Steven Seagal, also er redet von der Figur, nicht von der Figur, vom Darsteller Steven Seagal. Das ist ein großer Waffenfanatiker. Das ist ein Waffen, also der kann schießen. Angeblich war er in seinem Haus in Arizona in jedem Raum waren mehrere Waffen versteckt. Also ein bisschen Psycho vielleicht auch. Und der 1911er ist seine Lieblingspistole. Die hat er meistens in seinen Filmen dabei. Und wenn mal nicht, dann ist es ein Scheißfilm, muss man ganz ehrlich sagen. Ist einfach so. Da müssten wir dann mal drauf achten in Zukunft. Machen wir auch, machen wir auch. Und hier nimmt er seine alte 1911er, seine Armeepistole, nehme ich an, ist das, nimmt er vor. Mein Mann von Welt hat ja eine Waffe dabei, oder? Ist wichtig. Absolut. Drückt die durchgeladene Shotgun seinem Kollegen in die Arme. Sagt auch, beschütz meine Familie. Genau. Und dann ab dafür. Und leider sehen wir das gar nicht, wie er seine Familie beschützt. Nee, die werden einfach abtransportiert, ne? Das hätte ich ziemlich geil, wenn du einen Anschlag auf die Villa von Onkel Branka gesehen hättest, die er und Branka mit den Bodyguards vereiteln müssen. Das wäre, dann hätte Lukic auch noch noch mehr zu tun gehabt. Das hätten... Aber du hast ja als Alternative dann die Schießerei... Lukic kommt ja noch seine Actionszene, ich weiß, ich weiß. Die müsste ja jetzt dann auch bald kommen. Die kommt bald. Zuerst geht's aber noch auf ein Parkdeck, denn Nico stellt Agent Neely und unterstellt ihm abartige sexuelle Kontakte mit einer 15-Jährigen. Einfach so? What the fuck? Man weiß es nicht. What? Was? Woher weiß er das? Und das ist doch das Parkhaus zu irgendeinem Bürogebäude. Das wird doch noch von außen gezeigt, oder nicht? Ja, und dann... Also, ich war zurückbar. Ich glaube, Nico sagt das einfach nur, um so ein bisschen Trash-Talk-mäßig Neely irgendwie klein zu machen. Weißt du, ihre Frau davon? Ja, genau. Er zwingt ihn ja auch mit vorgehaltener Waffe dann ins Auto. Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, Nico hat da einfach nur... Ja, es kann sein, aber in meinem Kopf ist Neely trotzdem ein widerlicher Typ, keine Ahnung. Ja, absolut. Sigal schleppt Neely mit in die Asservatenkammer der Polizei, nehme ich an, oder? Ja, denn Sigal, Nico will ja... Ich sage immer Sigal, ne? Ja, ich auch. Scheiße. Weil sie halt so gleich sind. Sigal und Nico sind genau gleich. Das ist schlimm. Also, Nico ist ja schon die ganze Zeit der Meinung, dass mit dem C4 irgendwas geplant ist. Er glaubt ja den ganzen Gerüchten, dass Senator Harris eben damit ermordet werden soll und in der Kirche bei der Bombenexplosion ist ja auch schon C4 verwendet worden und so und er ist der Meinung, dass das C4 gar nicht mehr in der Asservatenkammer ist. Das FBI und Agent Neely glauben ihm aber nicht und deswegen fahren sie jetzt dahin und stellen fest, ist weg. Ist weg. Wer hat's abgeholt? Ja. Fox. Fox, netter Typ. Ist ja netter Typ von CIA. Genau. Netter Junge. Genau. Fox hat's abgeholt. Ja, Nelson Fox hat's abgeholt. Segal rümpft die Nase und lässt darauf hin. Neely ist ganz betrübt, dass er falsch lag und lässt ihn, dann darf Neely erstmal eine Runde baden gehen. Ja, ich glaube, dass er im Lake Michigan, nehme ich an, hat er in den Reich Spindler. Es scheint, aber es ist ein riesiger See, der da ist, nicht ein Meer, aber du siehst kein Ufer dahinter. Nein, das ist riesig. Das ist ein riesiger See, Ich war noch nie da, aber ich will mal an diesen Drehort gehen, wo der Agent Neely reingesprungen ist. Mal sehen, ob ich den auch finde. Keine Ahnung. Dann kommt eine Szene an einer Computermesse und da trifft sie Gal eine Kollegin, wenn man weiß nicht, geht das in Asiatin, die hat nicht mal einen Namen, oder? Chi-Chi? Hieß sie Chi-Chi? Heisst sie nicht Chi-Chi? Chi-Chi? Nee, Chi-Chi ist doch irgendein Typ. Chi-Chi ist ein Typ? Eher Typ heißt doch Chi-Chi im Film. Echt? Ja, irgendein Typ ist doch... Genau, habe ich mir das falsch zusammengefallen. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist nicht diese... Nee. Die Frau hat man sonst nirgendwo mehr gesehen. Keine Ahnung. Nein, nee, nee. Die taucht ja auch nur ganz kurz in dieser Szene auf und offensichtlich ist das ja ein alter CIA-Kontakt. Oder muss ein CIA-Kontakt von ihm sein? Ja, kann nicht anders sein. Hackerin, die kann alles irgendwie. Keine Ahnung. Die kommt auf irgendwelche Listen und so weiter. Was ich ganz spannend finde, die haben das wirklich so im Guerilla-Stil haben die das gedreht. Das war an der... Ach, wirklich? An der Chicago Summer CES, der Consumer Electronics Show. Fand die genau zu den Dreharbeiten zufällig da statt? In Las Vegas. Ja. Ging die da hin. Und das war... Die Filmcrew hat Presseausweise dabei gehabt und hat so getan, als würden sie eine eine Nachrichtensendung schießen. Ah. Das... Jedenfalls... Das erklärt auch ein bisschen... Das erklärt, warum das alles so... Wir haben dieses... So ein Riesenset aufgebaut, Messehalle und so weiter, oder? Ja, 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 genau. Das erklärt auch so ein bisschen, dass das ja alles schon im Abbauen begriffen war, als sie da diesen... Ja, genau, genau. Ja, diesen weiten Shot dann auf die Messehalle gemacht haben. Und im Hintergrund... Die gehen auf der Reine... Ja, und es wird dann ja auch noch gesagt, als sie dann in diesen Computerraum reingehen, so von wegen, ja, aber hier, beeilen sie sich und so. Obwohl ich immer gedacht habe, ob der Computerraum nicht vielleicht doch gestaged war. Ja, das könnte auch ein... Ich nehme an, der war dann schon gestaged. Ich weiß, die haben auch in Los Angeles in den Warner Brothers Studios gedreht. Und ich nehme, das könnte auch eines dieser Momente gewesen sein, wo man mit der Dschungelszene und mit der hat man einfach in Burbank gedreht irgendwo. Aber es passt trotzdem gut zusammen. Es passt super. Du denkst nicht, dass es nicht Chicago wäre. Also, ja. Wo sind wir? Die Dame hakt sich in irgendein System und sie findet eben direkt die Liste, die sie finden muss. Sie hackt im Endeffekt die Datenbank der CIA. Aber Nico gibt die geilsten Anweisungen. Such mal jeden raus, der darin verwickelt ist. Okay, Nico, mache ich. Und es kommt raus. Das ist super. Perfekt. Sie tippt die ganze Zeit, man sieht nicht, was sie tippt, man weiß nicht, was sie macht. Man sieht nur, dass irgendwelche Namen plötzlich angezeigt werden. Ja, wer ist dabei? Fox ist dabei. Irgendwelche nicht näher interessanten Charaktere sind dabei. Und Sagan. Sagan ist dabei, genau. Sagan ist dabei und da weiß Nico, wo der Hase im Pfeffer liegt. Sagt er nicht sogar noch was, wie die verdammte, diese verfluchte Killer-Truppe ist wieder da oder irgendwas in dieser Art. Ja. Irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Es wird ja auch nicht, also Nico weiß ja ab dem Zeitpunkt ja dann auch offensichtlich deutlich mehr, aber sagt es dann ja nicht. Also er weiß ja offensichtlich, wofür die überall verantwortlich sind. Er weiß offensichtlich, was die auf der ganzen Welt schon gemacht haben. Er hat offensichtlich auch Informationen über laufende Missionen oder abgeschlossene Missionen und so. Das ist ja, ja, fällt ja nur in Nebensätzen. Ja, ja klar. Ja. Wird gar nicht näher erläutert, aber er weiß auf jeden Fall Bescheid. Er hat jetzt den Durchblick. Er hat einen Durchblick und wir sehen, wie Schwester Mary bei Jax anruft und ihr die Location von Pater Thomas Sino Preis gibt. Ich nehme es mal weil sie Angst hat. Ich nehme es mal schwer an, dass Jax's Telefon abgehört worden ist, denn die Bad Guys tauchen bei Pater Thomas Sino auf. Nehmen wir gleich mit. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Oder das Witz bin ich explizit gezeigt, aber es ist einfach so, du kannst, oder Jax steckt dahinter. Es macht total Sinn. Jax steckt dahinter. Ne, das nicht. Ne. Das ja nun nicht. Aber es würde total Sinn machen. Ich würde auch alle abhören, die irgendwie wie immer auf der Bildfläche aufgetaucht sind. Ja, natürlich, natürlich. Ist doch klar. Sagan foltert dann Thomas Sino, Spritze, Arm, wie es halt so ist. Sagan einfach böse ohne Ende. Und es geht darum, können wir den Senator töten? Hast du mit irgendjemandem geredet? Das ist die Frage, die Sagan beschäftigt. Nadje! 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 Wenn der Vater nämlich irgendjemandem was erzählt hätte, müssten sie ihre Pläne ändern. Ja. Ja. Nadje! Das versuchen sie wieder rausgekriegt. Jedenfalls, Nico und Lukic gehen rein. Es ist um schon nachts, es ist schon abends nachts. Auch Lukic voll bereit, hat seine Pistole von Nico niemals zurückbekommen. Er muss seinen scheiß Sexschüsser benutzen. Das würde ich dem Nico immer übernehmen, dass ich in eine Schisserei um Sexschüsser gehen muss. Jackson soll draußen bleiben, bitte. Das ist der typische, die Frau, die bleibt mal schön draußen. Naja gut, sie soll sich auch nicht mehr in Gefahr bringen, weil sie ja Staatsanwältin wird. Haben wir. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Herzliche Gratulation. Das ist ja fast der erste Satz, mit dem sie eingeführt wird in die Gesamthandlung. So ey, du hast ja nur noch acht Tage oder so. Stimmt, stimmt. Ja natürlich, haben wir ganz vergessen zu erwähnen, sie wird ja bevor sie Staatsanwältin. Muss man zuerst mal machen, oder? In dem Moment, wo das gesagt wird, sie hätte nur noch acht Tage bis zur Staatsanwältin, hatte ich die ganze Zeit Angst, dass sie abgeknallt wird. Ja, weil du... Der war ja eigentlich schon hier, hier weiß ich nicht, Schießerei, Kopfschuss, war der ja schon auf die Stirn tätowiert. Ja, absolut. Absolut, absolut. Es macht schon Sinn, dass er sie nämlich nicht mitnimmt, aber es ist halt auch so, die weibliche Figur muss geschützt werden. Das ist schon immer noch 80er Jahre und obwohl Dolores Jackson muss man nicht schützen, die schützt sich selbst. Es gibt eine riesen Schießerei, Lukic und Nico in die Wohnung, paar Typen sterben, aber die Feuerkraft reicht nicht aus, Nico flüchtet, Lukic auch, Jackson wird angeschossen, Schuss in den Bauch mit einer Pumpgun. Ja, oder so Schulter... Ich weiss nicht genau, wo es war, aber es hat so... Rechte Körperhälfte irgendwie... Es hat sehr zentral ausgeschaut, da siehst du so... Ja, die kriegt auf jeden Fall einen ordentlichen Wumms ab. Und Nico flüchtet in eine U-Bahn und ist weg und wir vermuten, Jax ist tot. Geile Szene übrigens, weil er ist ja auch wieder so, ist egal, er rennt ja wirklich auf dieser Straßenbahn, auf diesem Dach rum und klettert auch zwischen den Waggons runter, während die fährt und... Das hat er wirklich noch selbst gemacht damals? Das hat er selbst gemacht, ja. Ach, was ist mit ihm nur passiert später? Ich weiß nicht. Das ist einfach unfassbar, was alles noch... Wissen wir ja nicht. Wissen wir, wissen ja nichts. Wir kennen ja die anderen Filme nicht. Wir kennen die ja nicht genau. Aber... Aber wir haben davon gehört, dass er... Wir haben davon gehört, dass er später nicht so vieles dann selber gemacht hat, aber hier war er noch gut dabei. Ja, und dann denken wir tatsächlich und Nico ja auch, dass es Jackson erwischt hat und er sitzt dann gibt es halt so eine kleine Trauermontage, ne? Aber das ist auch gut, das ist eine gute Szene. Ich fand das richtig stark, wie sich Nico da trauernd in Jacksons Wohnung sitzt. Ich fand es gut. Fandst du es nicht ein bisschen creepy, dass er ein Bild anstarrt, wo seine Familie drauf ist und Jackson einfach daneben steht? Ja, aber... Das ist doch ein Bild von seiner Frau und so und Jackson ist mit einfach mit auf dem Bild. Es ist, wenn du das wieder so im Hinterkopf hast, ne? Dass die vielleicht eine Affäre haben könnten. Ja, dann ist es schon schwierig. Dann ist es schon sehr, sehr schwierig. Das meine ich. Aber anbetracht dessen, dass in diesen Polizeifilmen die Partner oft sehr eng verbunden sind. Wenn du überlegst, dass Martin Riggs geht zum Abendessen zu den Mörters, der ist beim Weihnachtsfest mit dabei, oder? Ja, die Fahne, die wird da immer sehr hoch gehalten, dass das... Der Partner ist auch... Dass der Partner auch sonst Teil immer der Familie ist. immer Teil der Familie. Deswegen ist das für mich auch völlig okay. Und ich meine, die müssen sich ihrem Leben anvertrauen. Also macht das ja eigentlich irgendwie Sinn. Also ich kaufe das eigentlich dem Film alles ab. Jetzt ist, wie gesagt, mit diesem Hintergedanken wirkt diese Szene etwas merkwürdig. Ja, ja, ja. Mit dem, was wir uns jetzt zusammengereimt haben, auf jeden Fall. Aber was mir gefällt, ist auch die Saxophonmusik nachts. Es ist Trauer. Es ist einfach, das ist 80er Jahre Action, Kino pur und ich liebe es. Es ist einfach nur toll. Ja. Und egal macht das... Egal, ob es ein Segalfilm ist oder irgendein anderer, aber diese Stimmung, die damit erzeugt wird, die hat es halt auch nur in diesem Zeitraum damals. Das hat danach nicht mehr funktioniert. Und ich muss aber auch zugreben, sie schwebt manchmal so an der Grenze zur Cheesiness. Ja, ja, klar. Wie dieses Saxophon geklimmt hat. Ja, klar. Aber das macht es auch aus. Das macht es auch aus. Es muss irgendwie auch cheesy sein, sonst ist irgendwas falsch gelaufen. Sonst hätten wir hier ein hochwertiges Drama, ein Polit-Drama. Und das ist es nicht. Leider. Oder zum Glück. Nein, nein, ich würde sagen zum Glück. Aber die nächste Szene gefällt mir auch außerordentlich gut, denn Nico kommt bei Onkel Branka an in den frühen Morgenstunden nehme ich an und sagt ihm... als er erfährt, dass Jackson überlebt hat? Ja, die Schweine haben Jackson erledigt. Nico, das Spital hat angerufen. Sie hat eine Weste angehabt, sie lebt. und dieses Lachen von Nico und von Onkel Branka, wiederum, mein Kopf, das ist einfach so, dass die beiden Mafia-Typen, die feiern jetzt gerade, dass die Partnerin noch lebt und dass sie jetzt nicht noch auf eine wildere Rache-Mission gehen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht auch das. Und ich glaube, die Szene hat auch einen Freeze gemacht, oder? Die umarmen sich dann so und da hast du gefreest. Irgendwie ist die Szene größer als sie ist. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst, weil es ist halt in dem Moment so, ja, Onkel Branka ist von der Mafia und ja, er weiß, dass Nicos Partnerin irgendwie mal Staatsanwältin wird, aber es ist halt Nicos Partnerin und sie ist ein Teil dieser Familie, wenn auch nur im übertragenen Sinne und wäre da irgendwas schief gelaufen und hätte sie tatsächlich ins Gras beißen müssen, dann hätte, glaube ich, auch Nicos Familie da sich eingemischt, aktiv. Dann hätten die auch keine Gnade mehr gekannt. Ja. Es kommt dann aber schon in der Szene, die mir nicht gefällt und zwar, dass wieder mal Sharon Stone am Rumheulen ist und Sigal diesen Spruch bringt, ach, wie ich sauber doch Babys riechen, blablabla, ach du Scheiße. Das war so ein Creepshot, ne? Es ist einfach, es ist wirklich creepy und ich weiss nicht, ob der da improvisiert hat oder ob der einfach, sowas schreibt man doch nicht in ein Drehbuch. Also wenn es improvisiert, dann Hut ab, dann wäre es gut improvisiert, Wäre ich nicht gekommen. Aber es ist auch so typisch, das ist auch so ein typischer Sigalspruch irgendwie, so völlig aus dem Kontext irgendeine Scheiße labern. Ja, keine Ahnung, wie auf die Idee gekommen ist, aber... Ich habe keine Ahnung, aber die ist unangenehm. Hier scheint dann auch, es scheint dann eine Szene gegeben zu haben, zumindest im Drehbuch, das habe ich jetzt irgendwo, ich glaube, in einem wunderbaren Buch, meinte ich das gelesen zu haben, nämlich das Buch Sigalogy. Ja, es gibt ein Buch über Steven-Sigal-Filme, könnt ihr kaufen, auf Amazon. Von Verne. Von Verne, das ist ein, was ist Verne eigentlich? Der hat für, ach, wie heisst die Seite noch gleich? Ein Kritiker. Ein Kritiker, der für eine ganz bekommene Seite geschrieben hat, die mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Ain't it cool news, genau. Ain't it cool, angehört hat er irgendwie? ist ein Verwandter von ihm? Er bekommt irgendwie von einem Bekannten, der im Knast sitzt, bekommt er einen Hinweis, wo er nach Sängen, oder, ne, wo er auf Informationen stoßen könnte, oder so. Und deswegen stand nämlich Nico danach auf diesem Parkdeck und hat da runtergeschaut. Und hat da überwacht und wird von Fox gestellt. Genau. Also man weiss jetzt im Endeffekt eigentlich nicht so genau, wie Nico da hingekommen ist, wo er hingekommen ist, aber im Endeffekt beschattet er ja einfach nur die Leute, die er eh schon in Verdacht hatte, wo er eh schon weiß, dass die alle Dreck am Stecken haben. Wir wissen ja eh nicht genau, wie er wo hinkommt, warum er wo ist, er ist halt einfach da. Ja, du siehst Nico auf dem Parkdeck, du siehst die bereits bekannten Bad Guys fertig. Ja. Du weißt, warum er da ist. Und dann kommt halt Fox und stellt ihn zur Rede und möchte ihn ja glaube ich eigentlich beschützen. Also er macht zwar mit vorgehaltener Waffe, aber er macht sich ja eigentlich Sorgen um. Ich glaube, er hat Angst vor Nico. Er hat Angst vor Nicos Reaktion, obwohl er ihn eigentlich beschützen möchte und er möchte eigentlich, dass ihm nichts Böses passiert. Aber ich verstehe nicht ganz, was den Fox genau bezwecken will jetzt. Ich glaube, Fox will einfach nur das, will einfach nur verhindern, dass Nico drauf geht. Aber ist es ein Zufall, dass Sägon und seine Killertruppe angefahren kommen? Das ist halt eine große Frage. Ich kann mir nur vorstellen, dass da auch wieder irgendeine Abhöraktion dann stattgefunden haben könnte in irgendeiner Weise, dass die mitgekriegt haben, dass Nico, wo Nico vielleicht ermitteln möchte oder so. Und Fox muss ja über ähnliche Möglichkeiten verfügt haben. Keine Ahnung. Oder die kennen sich schon so gut, dass er wusste, wo Nico ungefähr hingehen wird. Ja, die Freundschaft von Fox und Nico, glaube ich, stehen aber zu keinem Zeitpunkt. Sorry. Nee, ist schwierig. Das ist zu wenig. Das ist ganz, ganz schwierig, weil es auch nicht so doll ausgebaut wird im Film. Ja, du weißt nichts von Fox und wie die beiden zueinander stehen können irgendwie. Der eine ist ja massiv älter als der andere. Also Fox müsste ja der Mentor gewesen sein oder sowas. Aber du kannst dir auch nur irgendwie Pseudo erklären. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, das ist auch nicht das ist auch nicht so richtig freundschaftlich. Das ist eher so eine Schüler-Lehrer-Beziehung zwischen den beiden. So würde ich es mal nennen. Aber wie dem auch sei, Fox hat auf jeden Fall ein Loyalitätsproblem. Massiv. Ja. Massiv. Er ist einerseits ist er irgendwie arbeitet er für Sägen. Ganz offensichtlich. Und andererseits will er aber auch Nico aus der Schusslinie ziehen. Und wenn er das mit Waffengewalt tun muss, er lotst ihn dann ja mit vorgehaltener Waffe zu seinem Auto und will ja dann offensichtlich mit ihm wegfahren. Wahrscheinlich hat er ihn irgendwie aus der Stadt gebracht und irgendwo weiß ich nicht, so lange in Ketten gelegt. Ein Safehouse vielleicht. Ja, wer weiß, wer weiß, genau. Aber dann taucht Sägen auf. Und wer ist wieder mit dabei? Der CIA Barkeeper. Der CIA Barkeeper. Denn du brauchst immer einen guten Barkeeper. Das weiß man. Einer, der die guten Gin Tonics mixt. Was hat er gemacht? Saß da hinten im Auto und hat tatsächlich so irgendwas gemixt. Kann ich noch jemandem was bringen? Das ist eine der merkwürdigen Figuren. Was macht der Typ da? Es macht, es macht. Es ist so gut. Es macht schon alles nicht so viel Sinn. Also zu dem Zeitpunkt beim Polizeirevier, als er da aufgetaucht ist, da habe ich mich beim ersten Mal noch gefragt, so hä, das verstehe ich jetzt nicht. Aber als er dann da in dem Parkdeck auftaucht oder in dem Parkhaus, da musste ich schon ein bisschen lachen. Da war dann schon so absurd, dass es eigentlich schon wieder lustig ist. Also hat ihn die CIA in dieser Bar, wo er arbeitet, platziert, um zukünftig mal Nico auf die Schlüsse zu kommen, weil die durch eine Zeitmaschine gewusst haben, da wird mir was passieren. Naja, vielleicht war er ja schon immer CIA-Mitarbeiter, undercover, war in einem völlig anderen Fall dran, ist dann aber, zufälligerweise hat sich dann seinen Weg mit Zigall gekreuzt, mit Nico, und da er natürlich dann seinem Operator darüber in Kenntnis gesetzt hat, was so, weißt du, wenn er seine Tagebucheinträge quasi geschickt hat. Ja, ja, ja. Und darüber ist es an Zeggen weitergeleitet worden, der hat sich gedacht, ach komm, ein CIA-Mann mehr oder weniger kann nicht schaden. Unglaublich. Jedenfalls. Anders kann ich mir nicht erklären, es ist die einzig logische Erläuterung dafür. Ja, sagen wir, es gibt eine richtig geile Verfolgungsjagd im Parkhaus, wo Nico sich von Salvano fliegt dann runter, oder? Es ist Salvano, der... Er erledigt sich Salvano auf eine sehr unschöne Art, er hängt hinten auf dem Kofferraum der Limo und Siegall fährt rückwärts durch die Wand, durchbricht die, das Auto hängt zur Hälfte raus und Salvano macht den Abflug. Großartig. Ich fand's geil. So kann man sich dann seiner Gegenspieler auch entledigen. Absolut. Leider fährt er... Lassen sogar noch einen, lassen erst eine Puppe und dann aber auch nochmal ein Stuntman da runterfallen. Ja, die Puppe ist sehr offensichtlich übrigens. Ja, die Puppe ist sehr offensichtlich, aber genauso offensichtlich ist dann auch, dass danach auch ein Stuntman runterfallen. Das ist so, ja, klar, klar, klar. Das ist schon beeindruckend. Nochmals, die Produktion hat siebeneinhalb Millionen gekostet, das ist nicht viel. Also so... Ein ziemlich tiefer Sturz. Das ist ein sehr tiefer Sturz. Scheiße. Ich würde mal irgendwo sagen, 20 Meter oder so waren das bestimmt. Wenn nicht noch mehr. Das ist mehr. Meinst du mehr? Ja, das ist mehr. Das ist natürlich... Es ist aber auch mit Weitwinkel. Ja, ja, aber es wirkt schon so, als wären das so sechs Stockwerke runter oder so. Das ist schon... Ja, keine Ahnung. Meinst du doch, das war so viel? Also es war auf jeden Fall viel. Es war viel. Es wirkt wirklich so, da willst du nicht runterfallen. Fox stirbt, das haben wir schon gesagt. Nico, Auto, Verfolgungsjagd. Nico kreilt sich ein neues Auto, Reifen zerschossen und vor dem Parkhaus wird er dann doch von Segons Typen gestellt. Ist auch insofern eine schöne Verfolgungsjagd, dass man selten sieht, wie der Held versucht, sich aus der Situation so derartig freizukämpfen. Weil Nico hat ja nicht sofort Erfolg. Er muss ja erstmal ein paar Runden drehen, er muss sich Salvano entledigen, er muss das Auto wechseln, die Reifen werden zerschossen. Er hat gar keinen Erfolg. Nee, er hat tatsächlich gar keinen Erfolg. Die Reifen werden zerschossen, er fährt funkensprühend unten aus dem Parkhaus. Da ist eigentlich schon klar, er kann nicht weit kommen. Nein. Es ist eigentlich eine ausweglose Situation und es endet dann auch ausweglos. Er wird von der CIA gestellt und Sagan sagt noch, ich will ihn leben und dann wird er ja abtransportiert in dem Transporter. So ein Schuss, den Kopf quesen und der Film wäre fertig. Ja gut, dafür waren sie jetzt aber schon im Freien. Das hätte ein bisschen merkwürdig gewirkt für alle Umstehenden, aber man hätte es auf jeden Fall schnell erledigen können. Also was macht man mit Nico? Man bringt ihn in dieses Kongresszentrum, so habe ich es zumindest genannt, wo dieser Senator gerade am Sprechen ist, oder? Und wird in der Küche dieses Kongresszentrums, sag großartig, oder? Man bringt ihn an den Ort, an dem das Attentat stattfinden soll. Perfekt, oder? Da kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was für ein Zufall. Sagt nicht sogar einer seiner Scherken noch, ob das das Ganze ganz Sinn macht, oder habe ich jetzt was falsch im Kopf? Wird nicht sogar so auf Aufmerksam gemacht, hey, wir müssen den Typen umbringen oder sowas in dieser Art, wir müssen den Satom bringen. Ja, und Sagan sagt dann sowas wie, ja, wir haben noch eine Stunde, da können wir hier mit dem noch, da können wir mit Nico noch ein bisschen Spaß haben. Spaß haben, genau, oder genau, richtig, oder? Und dann haut der Nico ja relativ schnell dann die Drogen rein. Und da muss ich sagen, wie Seagal da den drogierten Nico spielt mit den Augenverdrehen und das fand ich schon lustig. Ja, auch erst dieses noch dagegen wehren und das ist ja auch, er kriegt ja vorher von Sagan noch einmal richtig schön einen auf die Nase. Mit dem Lederhandschuh. Und wir können jetzt schon mal eine Strichliste machen, wie oft Seagal in seinen Filmen bluten wird. Wir werden nicht sehr weit kommen. Wollen wir das so festhalten, dass ich eine Liste mache, wie oft er bluten wird? Ich würde sagen, wir können es auf jeden Fall erwähnen. Ich mache eine Verletzten-Skala. Eine Verletzten-Skala, okay. Eine Verletzten-Skala-Sigal. Man könnte sie auch Unbesiegbarkeits-Skala nennen. Genau, das machen wir so Nase in Nico. Okay, schon aufgeschrieben. Spannend, sehr spannend. So gesehen, könntest du auch die Drogen dazu zählen, denn Segen sagt dann ja noch sowas wie, du wehr dich ruhig dagegen. Je mehr du dich dagegen wehrst, desto mehr wirkt das Zeug, desto eher wirkt das Zeug. Und Nico lässt sich dann ja fallen. Und dann kommt ja das mit dem Augenverdrehen und Kopfrollen und so. Und man denkt schon, oh, scheiße. Unser Held stirbt. Unser Held geht hops. Das wäre aber eine Konsequenz gewesen. Hätten die das gemacht, hätten die sterben lassen. Ich meine, das hätte nicht dieses ganze Mysterium rund um die Figur, Zeigal und allem, was noch kommen wird. In den 90ern hättest du das machen können. Hättest du das machen können, oder? Dann wäre er gestorben. Aber dann hättest du vielleicht auch diesen Zeigal so nicht wieder zurückgebracht. Hier hast du jetzt den Supermann generiert. Nein, also natürlich hätte man ihn da nicht sterben lassen können. Nicht ein Zeigal. Aber mir fehlt teilweise diese Konsequenz bei gewissen Filmen, dass man sagt, jetzt lass mich den Hauptprogramm mal sterben. Hast du mal 15 Minutes gesehen mit Robert De Niro? Bestimmt. Welcher ist denn das nochmal? Ja. Ich habe jetzt gerade von Konsequenz und Hauptfigur gesprochen, die sterben lassen. Also da passiert genau das. Sorry, Spoiler. Aber genau das passiert. Er spielt einen Polizisten, der... Ich muss dir jetzt gerade an Leben und Sterben in L.A. denken. Oh, das ist ein ganz toller Film. Nein, 15 Minutes. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Er spielt einen Polizisten, der einen jungen Cop, das war, glaube ich, Luke Wilson hat mit ihm einen jungen Cop gespielt, der geht einem Fall nach und De Niro ist der offensichtliche Hauptdarsteller des Films und bei Minute 75 oder so wird er von den beiden Bösewichtern brutal gefoltert und getötet. Und das war für mich, der Zuschauer war das Holy Shit, das haben die jetzt nicht gemacht. Leben und Sterben in L.A. So, ja, ne? Kleiner Spoiler. Auch hier, ne? Leben und Sterben in L.A. könnte es vielleicht sein, dass der Hauptdarsteller plötzlich aus dem Leben scheidet. Ja, hier jedenfalls noch nicht, denn der Nico irgendwie, warum auch immer, sein Blut ist halt irgendwie, keine Ahnung, das Adrenalin und das Seagalsblut ist sowieso dickflüssiger als das von anderen Menschen. Seagal befreit sich. Ich weiß gar nicht, wie, er war mit Kabelbindern gefetzt. Er ist mit Kabelbindern fest und Segen kommt mit dem Messer auf ihn zu und in dem Moment, wo Segen sagt, okay, lass ihn los, er hat nämlich die ganze Zeit noch diese Schlinge um den Hals. Jemand hält ihn ja mit so einer Drahtschlinge fest und Segen sagt, lass ihn los. Die Drahtschlinge löst sich. Das Messer nähert sich Seagals Gesicht. Plötzlich reißt er die Augen auf, reißt einfach beide Kabelbinder durch, steht auf und in weniger als einer Minute hat er die ganze Bagage, da sind sechs Leute, komplett auseinandergenommen. Also den einen erschießt er mit der Pumpgun. Zwei. Zwei erschießt er mit Pumpgun. Ja. Das ist so eine doppelläufige Schrotflug. Genau. Da ist dann auch leider der CIA-Bartender dabei. Der ist dann der Zweite, der kriegt den zweiten Schrotschuss ab. Der hat der Bloody Mary getrunken. Genau. Einer kriegt noch ein Messer ab, glaube ich, und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Aber Sägon. Und Sägon ist dann Der bekommt es richtig dick. Rastman Standing und der kriegt es richtig dick. Du hast mal schon den Arm durchgebrochen. Das ist eben was, was Zigallfilme angeblich ausmacht. Die Armbrecher, die sind einfach herrlich. Und das war wirklich... Weißt du, was so ein Zigallfilm wirklich ausmacht? Sägon kommt ja mit dem Messer auf ihn zu. Und das hatten wir jetzt schon mehrmals in dem Film. Es ist niemals deine Waffe. Es ist Zigalls Waffe. Er ist Zigalls. Stimmt. Stimmt. Das ist absolut richtig. Zack, zack. Aber auch egal, was man immer wusste, dass der Schauspieler ist sauschnell mit den Händen gewesen. Das wusste man. Das war, er ist wirklich wieselflink gewesen mit seinen Händen. Das sah man auch in den Szenen. Der ist einfach stark darin. Und ja, der Sägon bekommt zuerst noch den Arm gebrochen und dann noch das Genick. Boah, aber auch nicht, aber auch nicht einfach nur so Kopf nehmen und hin und her drehen oder so, sondern so richtig von über den Rücken in den Schwitzkasten und dann, ich glaube, der hat ihm nicht das Genick gebrochen. Ich glaube, der hat ihm gleich das ganze Rückrad gebrochen. Das ist in der geschnittenen Fassung irgendwie, ich weiß gar nicht mal, was das hieß, der Sägal befreit sich. Ich glaube, er schießt zwei Typen und dann Sägon, ich weiß jetzt nicht mal, was er mit dem macht, aber es war halt nicht so ganz ersichtlich. Ich muss aber auch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch so einen Faustschlag kriegt, weil Sägan kriegt ja auch noch ein paar auf die Nase vorher und dann ist wahrscheinlich der Schnitt oder so. Ich glaube, es ist nach einem Punch, sie haben es in einem Punch gemacht, genau, er puncht ihn einfach weg. Ich glaube, das war es gewesen. Extrem grafisch. Und ich habe ja dieses wunderschöne Mediabook hier, das ich mal von Nico geholt habe, da ist die ungeschnittene Fassung drauf und da muss ich sagen, in der Uncut-Fassung sind einige Sätze auf Englisch. Und ein deutscher Satz kommt zum völlig falschen Zeitpunkt, also wird zum völlig falschen Zeitpunkt gesprochen, wo die Figur eigentlich gar nichts sagt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ist, es ist egal, ob es ist, keine Ahnung, aber es ist einfach völlig so, oh, da habt ihr aber nicht so sauber gearbeitet, meine Freunde, aber es ist egal, weil es ist einfach eine geile Szene. Ja, und dann setzen die Drogen doch noch ein, es ist egal, Nico taumelt nach draußen, die Bombe geht nicht hoch, offensichtlich musste sie ferngezündet werden oder sowas. Oder wie auch immer sie umbringen wollten, keine Ahnung. Keine Ahnung, die Bombe wird auch gar nicht mehr gezeigt, man weiß gar nicht, wo die überhaupt untergebracht worden wäre, ob die den damit beschmissen hätten oder so, keine Ahnung. Ja, und dann kommt es raus, ne? Eine letzte Szene gibt es dann noch. Hast du den Senator die Familie zu Hause besucht, die Familie Toskani? Genau, die Toskani ist im Hintergrund. Und das fand ich noch geil, hinter dem Senator ist Onkel Branka. Und das ist für mich so ein Zeichen von, ja, ja, der Politiker sitzt da, aber ich, der Mafios, ich habe die Fähigkeiten. Onkel Branka empfängt den Senator ja auch vor dem Haus und führt ihn ja rein, ne? Ja, das ist großartig. Und Nili ist ja auch noch da, Nili steht hinter dem Senator und hinter Nili steht Branka. So, nach dem Wort, die Haarkordnung ist ganz klar, der Chef ist ganz hinten und passt auf die beiden Arsche da vorne richtig gut. Das könnte sein, ja, das könnte man so reininterpretieren. Ja, es ist auf jeden Fall gut. So, die halbe Mafia-Familie einfach da, wenn der Senator da aufschlägt und so, ist schon, schon gut. Was, 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 oh Gott, was haben wir, was haben wir alles erlebt jetzt? Wir haben in, was, 99 Spielfilminuten, wie lang geht, Nico? Ich hätte nicht damit gerechnet, wir haben jetzt, zwei Stunden sind wir schon zu Gange und wir haben jetzt den Film so weit besprochen und ich hoffe, man konnte uns auch so weit folgen. Ja, 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 ich, aber was wir jetzt erlebt haben, wir haben jetzt, dieser Film hat etabliert, wie Steven Sigal in Zukunft funktionieren wird auf der Leinwand. Den, den Helden, der rabiat zur Sache geht, der, das Herz im rechten Fleck, dem man einfach, wenn man ihm nichts tut, tut er dir auch nichts, oder? Mit die mysteriöse Vergangenheit, die zu hier mal, auch gezeigt wird, oft wird darüber gesprochen, ja, der, der Casey Ryback hat das und das gemacht, der Forrest Taft und wie die alle noch hießen, das, das, das hat man hier mal gesehen, wie er, das ist quasi, Seagal beginnt. Ja, es ist wirklich Seagal beginnt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Film wirkt teilweise wie eine Blaupause für die Art und Weise, wie Seagal später seine Charaktere immer aufbauen wird. Ja, und er war ja schon immer dafür bekannt, dass er viel Einfluss auf das Drehbuch genommen hat und so wie seine Figur dargestellt wird. Und das ist hier auch wieder so, auch diese Faszination für andere Kulturen zum Beispiel, die hier auch wieder so mit reingebracht wird. Hier ist es jetzt zum Beispiel Spanisch, aber er hat es sich auch nicht nehmen lassen, am Anfang ein bisschen Japanisch zu sprechen und im Laufe des Films hat er ja dann auch ein paar spanische Sätze zum Beispiel. Kann er sich ja, kommt er nicht drum hin. Also das muss man ihm schon lassen. Man kann ihm nicht viel geben. Aber was man lassen muss, er versucht, sprachlich kann er ein bisschen sich artikulieren. Können andere weniger. Er hat auch einige seiner Aikido-Studenten in den Film gebracht, nicht nur in den Aikido-Szenen zu Beginn. Nach der einen Strassenkampf-Szene war einer seiner Studenten mit dabei. Das sind wirklich Leute, mit denen er gearbeitet hatte, die er gut kannte. Das macht ja auch total Sinn. Ja, total. Das hat auch eine gewisse Authentizität in die Szene reingebracht. Was haben wir noch? Wir haben noch die Kneipenschlägereien, die werden wir noch öfter sehen. Leider, viel, viel später kommen die Strip-Clubs hinzu. Die Kneipenschlägereien werden irgendwann durch die Strip-Club-Szenen abgelehnt. Die größte Kneipenschlägerei, die kommt in einigen wenigen Monaten, nehme ich an. In etwa, wir haben jetzt, wir haben jetzt April, kommt die raus. Dann haben wir Mai, Heart to Kill. Im Juni haben wir zum Töten. Also im Juli, meine Freunde, kommt die Kneipenschlägerei. Oh Gott, ich freue mich schon so sehr. Ja, was haben wir noch? Sein Charakter wirft gerne Leute durch Glas. Ja. Das ist auch ein tolles Hobby. Mache ich auch gerne. Genau. Super, super Hobby. Es gibt wieder eine sehr, oder es gibt eine merkwürdige Backstory für seinen Charakter. Diese ganze CIA-Geschichte. Also ist ja wirklich so, selbst Steven Seagals Charaktere sind später so oft irgendwie Ex-CIA-Leute, dass man das in Filmen, wo es nicht extra erwähnt wird, schon von alleine voraussetzt. Ja, das ist einfach, weil das so Gack und Gebe ist. Auch bei Filmen wie Fire Down Below, die erst mal noch kommen werden irgendwann, wo einfach eher ein Umweltschützer ist, aber du denkst immer noch, okay, es kann nicht nur ein Umweltschützer sein, da ist noch mehr dahinter. Oder wenn er einen Doktor spielt. Ja, 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 aber er ist aber nicht nur Doktor. Nein, er ist nicht nur Doktor, er war CIA-Doktor. Genau, er war CIA-Doktor. Nein, wir werden, er wird aber auch in Ex-Chi-Doons zum Beispiel, wird er wohl, glaube ich, nur einen Polizisten spielen. Weiß ich gar nicht mehr richtig, aber das ist auch für uns der Anfang einer unfassbaren Reise, einer spirituellen Reise. Das ist wirklich eine spirituelle Reise. Oh, das ist ein schönes Stichwort. Spiritualität. Spiritualität, auch hier, aber auch ein großer Unterschied, das hat er so später auch nie wieder aufgegriffen. Wir sind bei den Katholiken. Wir sind schwer in der katholischen Kirche verankert, weil Sigal offensichtlich einen großen Fable für Mafia-Gedöns zu dem Zeitpunkt hatte, wo ja auch der katholische Glaube sehr wichtig ist. Stimmt, aber wir werden noch in die eine oder andere Kirche gehen. Das wird noch kommen. Ja, ja, verschiedene. Über seinen Look müssen wir noch reden. Das haben wir jetzt auch festgemacht. Wir wollen in jedem Film darüber sprechen, wie Sigal gerade ausschaut, denn auch sein Aussehen ist ja etwas, das fragen wir heutzutage. Ich zitiere mal Jimmy Kimmel. Der hat vor einigen Jahren, kennst du Talkshow-Master Jimmy Kimmel? Da hatten Sie gar einen Spieler gehabt, wo er über Wladimir Putin gesprochen hat. Er hat sogar schon Wladimir Putin. Und was hat Jimmy Kimmel gesagt? Er sieht aus ein bisschen wie Kraft Dracula. Also nicht Putin, sondern Sigal. Sein Aussehen hat er mittlerweile... Putin ist auch ein Blutsauger. Das ist ein anderer Blutsauger, ja. Aber es ist einfach so, es ist egal, wenn du ihn heute kennenlernst, du wirst heute einen aktuellen Film von ihm sehen und irgendjemand zeigt dir, Nico, man würde nicht glauben, dass es die gleichen Menschen sind. das ist unfassbar, wie der sich verändert hat. Wer weiß, vielleicht wurde er wirklich auch irgendwann durch einen Doppelgänger ausgetauscht. Keine Ahnung. Echsenmensch. Verschwörung. Echsenmensch. Könnte reintögen sein. Reptaloide. Steven, Sigal kommt aus der hohen Erde. Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, wenn man ihn auf sein Gewicht reduziert, weil das nicht alles sein kann, worauf ein Mensch... Aber er ist ein Actionstar. Er ist ein Actionstar, der sich alles leisten kann, vom eigenen Bodybuilder bis zum Ernährungsberater. Und wenn du mehrere Millionen machst mit deinem Film, darf man von dir etwas erwarten. Es muss irgendwann einen Punkt in Sigals Leben gewesen, gegeben haben, wo er da einfach drauf geschissen hat. Ja. Ich glaube, das muss nach Exit Wounds halt, ganz ehrlich, er hat... Um den Dreh. 0-1. Wir werden darüber sprechen. Er wird zurückkehren. Er wird nach drei Jahren nochmal zurückkehren. Er hat ein Paus gehabt in den Jahren. Dann hat er noch einmal richtig abgeliefert. Und danach wird es für uns lustig für uns zwei. Er wird immer lustiger. Ja, danach wird es wirklich lustig, aber da gab es dann diesen Knick in seinem Leben und da kann mir keiner erzählen. Das hat daran gelegen, dass er keine guten Rollen mehr bekommen hat. Es muss irgendwas anderes gewesen sein. Es muss irgendwas... Irgendwas muss mit Zigarpsychie passiert sein. Ich muss an der Stelle aber auch nochmal sagen, wir sollten... seine politische Motivation oder so, die lassen wir hier raus, oder? Habe ich keinen Bock drauf, hätte ich gesagt. Habe ich auch keinen Bock drauf. Weil es ist so ein unangenehmes Thema. Ja, vor allem heutzutage jetzt gerade mit der ganzen Ukraine-Russland-Sache. Ich habe keinen Bock über seine... Er hat einen russischen Pass, er hat einen serbischen Pass, er hat die Vergangenheit und das Leben von Steven Seagal, vom richtigen Schauspieler Seagal, ist so merkwürdig. Seine eigenen Ideen und was er über Politik denkt und sagt, ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Es ist auch alles höchst fragwürdig über die Zeit geworden. Wir sind hier, jetzt 88, sind wir noch an einem Punkt, wo seine politische Motivation noch eine ganz andere ist. Du hast ja auch gerade noch angesprochen, von wegen, wie er denn in dem Film gekleidet war. Und ich finde, er war in dem Film so amerikanisch gekleidet, wie danach fast nicht mehr. Nie wieder. Vielleicht in Anführungszeichen. Aber hier ist er, glaube ich, es ist seine amerikanischste Rolle und auch, was diese politische Botschaft des Films angeht oder diese politischen Hintergründe, es ist auch das amerikanischste Thema, was so seine politische Überzeugung angeht, die er immer in seine Filme reingebracht hat. Absolut, absolut. Und es ist noch sein Underdog-Film. Er ist hier ein Underdog als Schauspieler. Sein Ego wird sich nach dem Erfolg dieses Films, und wir müssen noch sagen, der Film hat auf IMDb eine 6,0. Das für einen Steven Seagal-Film ist das Oscar-Verdächtig. Gut, müssten wir ehrlich sein. Es ist immer, 6,0 generell von 10 ist eine nette Bewertung. Es ist voll okay. Das ist, ja, ja, ja. Wir werden über uns bewertet noch sprechen, aber das ist auch so was, das werden wir nicht mehr so oft haben, dass ein Film von ihm gut bewertet ist. Das wird auch dann mal in einigen wenigen Monaten rasant nach unten gehen. Wie du sagtest, es ist der Beginn einer langen Reise. Einer langen, spirituellen Reise. Einen langen Abstieg. Die uns in den Buddhismus führen wird. Auch, ja, unter anderem in die, ähm, in die uramerikanische Sichtweise. Oh, total. Und in Sichtweisen, die wir nicht verstehen können und auch nicht wollen. In Sichtweisen der Inuits auch. und generell, denn generell, ähm, urvölker, urvölkische Sichtweise. Was noch nicht etabliert worden ist, ist Sigals Markenzeichen, das Rossschwändchen, das Pferdeschwändchen. Das ist noch fehlend hier. Ja, das ist richtig. Was auch noch fehlt, ist ein gewisser, gewisser Haaransatz, denn Sigal hat hier gar nicht so viele Herrchen auf dem Kopf. Nein, man sieht da eine drohende Pläte. Und das ist voll okay, wenn man mich so anschaut. Aber, äh, dann kann man ja auch dazu stehen. Andererseits, äh, ich fand's egal, sah hier in diesem Film einfach großartig aus. Er hat hier genau so ausgeschaut, wie man als Actionheld auszusehen hat, wenn man diese Statur hat. Und, ähm, wir werden darauf achten, wie er im nächsten Film rüberkommen wird. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und jetzt kommt noch etwas, was wir machen müssen. Wir haben gesagt, für diese, ich werde in meinem Podcast sonst werden Filme nicht mit, mit, mit irgendeinem Bewertungssystem bewertet. Es gibt nur ein Fazit. Für die Segal-Besprechungen machen wir ein spezielles Steven-Seagal-Rating in Form von Pferdeschwänzen. Korrekt. Wir bewerten einen Film mit Pferdeschwänzen, in dem gar kein Pferdeschwanz vorkommt. Genau. Dieses Mal. Ja. Eins ist Minimum, zehn ist Maximum. Auf der Segal-Skala. Von eins bis zehn. Okay. Die Segal-Sche-Pferdeschwanz-Skala. Aber jetzt bitte, liebe Leute, einfach noch ganz kurz. Der Pate ist hier nicht, ja, hier geht es nicht um der Pate oder um Godfellis. Hier geht es um Steven Segal. Das ist nur eine Segal-Skala. Also irgendein Film wird die Zehns und irgendein Film wird die Eins sein. Wo, mein Freund, wirst du Nico ansiedeln? Jetzt bin ich. Also erstmal muss ich sagen, Pferdeschwanz-Skala klingt so falsch. Finde ich nicht. Das ist großartig. Das ist fantastisch. Oh Mann, ey. Ich würde ihn bei einer 6,5 ansiedeln, weil ich weiß, dass es danach noch Tendenzen weiter nach oben geht. Nee, sagen wir, sagen wir eine 7. Ich bleibe bei einer 7. Da gibt es eine 7. Ich schreibe das mal auf. Der Jan, der gibt eine 7. Jan, 7. Also irgendwo so zwischen 6 und 7. Aber ich habe den heute noch mal gesehen und er hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich tendiere jetzt gerade zu einer höheren Wertung. Es kann sein, dass jetzt mit Blick auf die kommenden Filme ich vielleicht auf eine 6,5 runtergehe. Aber so in dem Bereich. Ich gebe dem Film eine 8. Weil... Ah, krass. Okay, ich gebe meine 8. Das sind auch ganz viele Dinge damit verbunden. Das ist auch mein Retro-Blick. Das ist ja auch... Wer diesen Podcast anhört, der weiß, Retro ist mein Ding. Ich lebe in der Vergangenheit filmtechnisch. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo ich den entdeckt habe, den Film, war ich 14, 15 Jahre alt. Der hat mich so dermassen geprägt. Für mich war das ein perfekter Actionfilm, der einen gespielten Tiefgang hat, der eigentlich gar nicht da ist. Der mir eine Welt zu dieser Polizei-Mafia-Geschichte gibt, die da gar nicht da ist. Unterhalten, Actionstar etabliert, ohne gross Längen zu haben. Und das ist immer interessant. Es ist nie langweilig. Tolle Charaktere. Ich gebe dir eine Acht von zehn Pferdeschwänzen. Einverstanden. Kann ich gut nachvollziehen. Gerade wenn man da mit so ein bisschen Nostalgie da drauf guckt. Ich habe jetzt bewusst nicht verklärtheit gesagt, weil ich weiß exakt, was du meinst. Es kann auch verklärtheit sein. Ich fühle mich nicht betroffen. Nein, aber du hast ihn ja nicht verklärt bewertet. Dafür haben wir jetzt nach zwei Stunden 20 schon zu lange drüber gesprochen. Wir haben zwei Stunden 20 über Nico gesprochen. Aber bei mir war das so, dass ich Nico eben nicht so früh gesehen habe. Seagal an sich ist, also ich habe zwar Alarmstorfero 2 so in dem Bereich, die müssen so 12 oder 13 oder 14, 13 glaube ich, gewesen sein, als ich den gesehen habe. Aber Seagal an sich habe ich dann doch erst recht spät gesehen. Ich würde sagen, so richtig verschlungen, angefangen, dürfte ich erst so mit 19, 20. Und da hat man dann doch schon ein bisschen andere Sachen gesehen und deswegen war Nico nicht immer der höchste Film in meiner persönlichen Seagal-Gunst. Ja, aber klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber ich finde es trotzdem ein ganz wunderbarer Film. Ey, wir haben nachher jetzt eine wunderbare Zeit. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit mir diese Reise unternimmst, diese langwierige Reise, die uns auf die Probe stellen wird. Echt? Ja, danke dir dafür, dass du da so Bock drauf hast. Ja, mal sehen, ob der Jahr mir noch dankt in 50 Folgen. Ja, wahrscheinlich sitzen wir dann hier so völlig fertig, abgeranzt, schon so leicht zitternd, weil man wieder sich den nächsten Grützbilden angucken musste und erinnert sich dann an die Aufnahme von Nico zurück und denkt sich, ach, damals war alles besser. So schön war es doch damals. Nein, wir, Jan, wo geht es weiter? Was machen wir? Was ist das Nächste? Als nächstes kommt Hard to Kill. Hard to Kill. Nämlich Und ich freue mich. Da wird dein Kopf ins Koma geschossen und wacht wieder auf und Oh Gott, ich freue mich schon so auf die Trainingsmontage, die ist so gut. Und auf die Sexszene, die ist so peinlich. Ach, das ist jetzt schön. Oh Gott, oh Gott, hier habe ich verbringt. Oh Gott. Hard to Kill ist meiner Meinung nach, der geht schon so ein bisschen in Richtung Trash. Oh, wir werden ein tolles Gespräch haben. Es ist viel Fremdscham drin, ey. Wir werden ein tolles Gespräch haben. Vor allem, wenn du gerade sagtest, Seagals Outfit, wenn er aus dem Koma aufwacht. Also so viel zum Thema Spoiler auf die nächste Folge. Ja. Oh Gott. Aber wir können euch etwas sagen. Wir werden es feiern. Diese Hard to Kill Folge, die wird eine Menge haben, für die es sich zu leben lohnt. Das können wir euch sagen. Das war jetzt ein richtiger Hard to Kill Insider. Meine Damen und Herren, wir sind langsam am Ende, würde ich sagen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt mir schreiben, also uns schreiben, auf Action Kult, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Und ich werde dem Jan alles mitteilen, was reinkommen wird. Total gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich hoffe schwer, ihr begleitet uns auf unserer mehrjährigen Mission der Entdeckung der Segalwelten. Es wird großartig. Es wird unfassbar. Vielen Dank und bis zum nächsten Jan. Ich auch zu danken. Ciao von da oben. Bis dann. Tschüss. Out da rein. Tschüss. Vielen Dank.